Gut, es wird gleich zehn nach sieben. Ich denke mal, dass wir starten können. Und warum wir heute Abend hier sind. Es gibt ja die Leute, die hier sind, die meisten, die ich hier von Sehen zumindest kenne, die sind da sehr affin mit Technik und auch mit Maschinen, sei es jetzt der Fräse, den 3D-Drucker oder auch ein Laser, Graviere oder Cutter. Aber ich habe gesagt, ich werde das alles mal ein bisschen zusammenfahren, weil das ist von der Technik zwar von Ausprägung unterschiedlich, aber vom Wirkflor und sowas ist das alles sehr, sehr ähnlich. Und da wollte ich einfach mal einen kurzen Überblick geben, was man schönes machen kann, was man dafür braucht und dass man auch mal zeigt, wie man zu einem fertigen Timer kommt, wenn man das mit einer Idee, mit einer Zeichnung zu einem Teil hinbringt. Ich habe dann ein bisschen was vorbereitet. Der Matthias, komm noch. Hallo. Ich habe ja ein paar Sachen mal rumgezeigt oder rumgegeben, mal zu mir die Hand nehmen. Das ist aber mal ganz interessant und sowas, wenn man mal so die verschiedenen Sachen mal die gefräst, gedruckt und halt auch lasergraviert sind, mal in der Hand hat, also mal die unterschiedlichen Qualitäten und auch die Vorteile sieht von Fräsen, Drucken und Cutten, weil jede einzelne Maschine mit ihren Barabendungsmöglichkeiten hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Ich würde einfach mal in die erste Folie gehen, was man für nette Sachen machen kann, die ich zum Teil halt mit habe. Also hier sind wirklich irgendwie von drei Maschinen gefertigte Teile. Das sind wirklich gefäßte Teile, gedruckte Teile und lasergekattete Teile. Alle für sich in ihrer Ausprägung exakt richtig umgesetzt. Wenn man zum Beispiel sehr feine Teile haben möchte, die sehr leicht sein sollen und sehr genau gefliest werden sollen, dann kann man zum Beispiel einen Lasercutter nehmen. Ein Lasercutter ist eingeschränkt in seiner Leistung, zumindest die, die man zur Verfügung hat. Das heißt, man kann nur bestimmte Materialien bearbeiten bis zu bestimmten Stärken. Mit einem Lasercutter kann man nicht irgendwie ein aufbauendes Verfahren haben. Das heißt, du kannst nur aus einer Platte irgendwas rausnehmen oder irgendwie aus einem Stück Papier, Pappe, MDF, Kunststoff, wie auch immer. Im Gegensatz zum Beispiel wie zu einem 3D-Drucker, der ein aufbauendes Material hat. Der wandelt halt irgendwie ein Rohmaterial in einen Volumenkörper praktisch in der Ausprägung. Man kann da Strukturen, die von innen nach außen praktisch wachsen, die kann man damit erstellen, was man wiederum mit einer Fräse nicht machen kann. Du kannst nämlich auch mit einer Fräse, nur aus einem Vollmaterial etwas herausnehmen. Hat wie gesagt alle seine Vor- und seine Nachteile. Und wenn man das Glück hat, dass man auf alle Maschinen zugreifen kann, dann ist man ganz kurz vor der Weltherrschaft. Weil er hat nämlich die Möglichkeiten, das seht ihr an den Teilen und sowas, wenn man diese Bearbeitungsmöglichkeiten hat, dass man das herstellen kann. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich alles, was da liegt, herstellen kann. Das ist natürlich echt sehr, sehr klasse. Und da kann man seine Ideen wirklich freien Lauf lassen. Und sehr, sehr coole Sachen bauen, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe. Weltherrschaft. Weltherrschaft, genau. Bei mir zu Hause habe ich eine kleine Fräse. Die habe ich mir vor zwei Jahren einen mechanischen Bausatz geholt. Das ist ein sogenanntes Kickstarter-Projekt aus den USA gewesen, was ein Privatmann entwickelt hat. Und er hat gesagt, ich habe eine ganz tolle Idee. Okay, ich möchte mir Aluprofile in einer bestimmten Form explodieren lassen und möchte die zusammen mit Lauf rollen, möchte ich die zu einem Bausatz, zu einer kleinen Fräse zusammenbauen und diese dann veröffentlichen. Er hat dieses nicht selber finanzieren können, ist dann auf eine Crowdfunding-Plattform, nämlich dieses Kickstarter, zugegangen und hat gesagt, okay, ich habe eine ganz tolle Vision, ich möchte eine Maschine bauen. Und wenn ganz viele Leute an mich glauben, dann habe ich die Möglichkeit, euch für so eine X einen Bausatz anzubieten, dass ihr genau diese Maschine nachbauen könnt. Ich habe ganz viele Leute begeistert, unter anderem auch mich. Ich habe für diesen kleinen Mechanikbausatz, das lag so bei knapp 300 Euro. Das sind natürlich nur die Bleche und die Profile und die Laufrollen. Dann hatte man erst eine relativ kleine Maschine gehabt, die habe ich mir dann von der Lauffläche wesentlich vergrößert, weil einfach der Bearbeitungsbereich am Anfang, das war unter DIN A4 und das hat man, wenn man eine Maschine zu Hause stehen hat, dann hat man sofort das Bedürfnis, auch in die Größe zu gehen. Mino wird das wahrscheinlich auch wissen jetzt mit seinem Plotter, vorher nur kleine Sachen, auf die in der Viermaximal drücken können und jetzt haut er da seine Walking Dead-Plakate, muss dann die Lehre schon auf ihn zugehen. Ja, das ist einfach klasse, wenn du über dich den Platz hast, Sachen irgendwie zu fertigen, die halt irgendwie auch nicht so großartig, ich glaube, nicht so großartig geschenkt sind von der Größe, sondern würde ich mal ein bisschen in die Breite, in die Höhe oder auch in die Stärke des Materiales zu gehen. Dieselfräse jetzt in der Ausprägung, wie ich sie jetzt habe, mit PC und Steuerung und auch den Fräsmotor damit drauf, Software, habe ich ungefähr 800 Euro für bezahlt. Also für diesen Preis hat man so eine lauffähige Maschine, wo man halt die Frästeile, die ihr hier seht, herstellen kann. Da habe ich zum Beispiel letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, das ist ja schon, habe ich ja mal einen 3D-Drucker. Ist das die nächste? Ah, ist das noch nicht. Das ist mal ein kleiner Laser, auf den wir nachher nochmal drauf zukommen, wo wir nämlich mal ein bisschen was mit machen werden. Das habe ich letztes Jahr mal so reines Spaßprojektes gemacht. Da habe ich nämlich einfach auch die Holzteile gefräst, habe mir dann eine Laserdiode aus dem DVD-Brenner, habe ich dann genommen mit einer kleinen Linse und einer kleinen Elektronik, wo wir ja auch noch drauf kommen, habe ich mir dann halt diese kleine Maschine zusammengebaut, um das dann zu starten. Hast du nicht wirklich da mal ins Blu-Ray-Diode da drin? Nein, da nicht drin, das kommt jetzt von meiner nächsten Maschine, wo ich im Bau bin, weil man will ja ein bisschen in die Stärke begrüße und weitergehen, und deswegen spare ich mir noch den Powerbooster, starte ich mir jetzt. Also diese LED, die du ansprichst, die hat jetzt 1,5 Watt, im Gegensatz zu 200 Milliwatt, was diese kleine Diode hat. Mit 1,5 Watt, da kann man schon richtig bisschen was mit machen. Da kann was, ist was zu machen. Das macht Spaß. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Da muss man natürlich in der Händigkeit mehr Schutzeinrichtungen und sowas aufbringen, wie bei diesem kleinen Teil. Das ist auch ein sehr leuchtender Punkt bei den 200 Watt, aber da schäde ich mich nicht. Das ist für mich 200 Milliwatt. Oh, 200 Milliwatt. Ja, ja. Ab aus dem Großteil. Genau. Und wenn wir gleich noch zu kommen, also es gibt ja noch andere Laserkratter, die dann irgendwie mit 40, 50, 60 Watt arbeiten, da kann man schon richtig ins Material reingehen, aber das macht auch schon Spaß. Wollte ich dir jetzt 80 Euro geben? Brauchst du mir auch sowas? Nein. Da ist natürlich auch die Arbeitszeit nicht mit drin. Man muss natürlich auch die Maschinen zur Verfügung haben, um das für 80 Euro bauen zu können. Ja, welcher schon. Die Brenner hast du auch nicht eingerechnet, oder? So preismäßig? Ja, die Brenner, also diese kleine Leute, das ist für die Schrott. Ich hätte vorliegen. Wie viel hast du mir mitgebracht? 15 Stück? Ja, 1,5. Ja, genau. Genug Diodenmache, ja. Man hat ja am Anfang, man probiert ja ein paar Sachen. Das sind diese Dioden, die sind stromgesteuert, die dürfen eine bestimmte Spannung und eine Stromstärke haben. Die reizt man natürlich aus, und das ist genauso wie bei einer Schraube, nach fest kommt ab, bis dann nach einem sehr hellen Lichtpunkt, ist auf einmal ein sehr dunkler Lichtpunkt, dann ist mich die Diode kaputt. Schwarz liegt. Und dann fängt man wieder an, einen DVD-Brenner auseinanderzunehmen, was dann auch mal wieder eine halbe Stunde dauert, bis man da an diese Diode rankommt und die wieder umbauen kann. Also ich habe da jetzt irgendwie ein paar liegen, also ich bin da ein bisschen gewappnet. Die Routine, ne? Ja, genau. Genau. Man weiß, wo man ansetzen muss. Das ist auch bei diesen kleinen Dingern, wo man immer rankommt. Da geht man auch relativ gefahrlos an irgendwelche Optimierungen wie ran. Wenn man sich eine Blu-Ray Laserdiode holt, die ungefähr so 40 Euro kostet, für 1,5 Watt, dann geht man da schon sehr viel behutsamer auf. Weil da ist, das finde ich, die Explosionen sind nicht so ausgeträgt. Bist du sicher, dass die Diode 1,5 Watt hat? Weil Blu-Ray-Dioden sind auch nicht wesentlich stärker. Das sind, Blu-Ray ist eigentlich falsch, das sind blaue Dioden, aus den Beamer von Kasi und ähnliches. Siehst du? Ah, okay. Die Blu-Ray, die haben wir, siehst du auch kaum, es ist fast ein Vowlicht, Blu-Ray, und die kriegst du ungefähr bis 600 MW. Okay, hab ich gerade wieder selber zu klären. So, schön, was wir hier jetzt tun. Übernlos, das war Marco. Das heißt, das habe ich mal im Internet auch gefunden, das hat offensichtlich keine Diode, sondern das hat eine Röhre. Exakt. Man muss zu dieser Maschine sagen, das ist eine richtig schöne Maschine, die kann man relativ günstig, kann man sich die bei Ebay manchmal, ich habe da immer mal seit einiger Zeit immer mal einen Blick drauf gehabt, die kann man hier zu kaufen, die liegen jetzt so bei 650, 700 Euro, eigentlich regelmäßig, manchmal auch wesentlich teurer. Und ich hatte jetzt irgendwie Anfang des Jahres mal geguckt und habe da ein super Schnäppchen entdeckt, nämlich halt für 460 Euro mit Versand. Und dann habe ich gesagt, okay, für mich selber ist mir der Spaß ein bisschen zu viel, zu teuer, weil man auch in die Gefahr läuft, dass man sich halt wirklich missbohlt. Weil die Verarbeitung, die ist wirklich schlecht. Das muss man sagen. Also wir haben uns das Ding gekauft. Ich habe zur Finanzierung, ich habe auch die Medienliste gefragt, wer bereit wäre, da ein bisschen was in den Topf rein zu machen, dass wir uns das mit ein paar Leuten dann kaufen. Und da haben sich dann elf Leute gefunden und haben dann gesagt, okay, jeder packt da irgendwie 40 Euro oder 42 Euro da in den Topf rein. Und dann haben wir dann zusammen, haben wir das Ding gekauft. Ging innerhalb von drei Tagen habe ich das von England aus, also wir haben das eBay UK, haben das angeboten. Von drei Tagen ist das hier im Beding gewesen und dann aufgebaut. Zu der Steuerung, da ist eine eigene Steuerung mit drin. Also das ist kein Standard. Das ist halt irgendwie so ein China-Spezial. Ist auch nur ansteuerbar über ein sogenanntes Plugin von CorelDRAW. Das heißt, du musst irgendwie ein PC haben und musst zwingenderweise CorelDRAW installieren, um dieses Plugin zu installieren, um diesen Laser so wie er ist, in Betrieb zu nehmen. Was natürlich hochgradig, ungünstig ist für die Leute, die zum Beispiel mit Linux arbeiten oder auf dem Mac arbeiten, weil das Ding dann definitiv nicht benutzen kannst. Das ist natürlich also ein ziemlicher Guckenkram aus meiner Sicht. Deswegen war auch gleich von vornherein meine Intention, dass man einfach die Steuerung rausreißt und dass man da halt eine Standardsteuerung mit einbaut. Zum Beispiel, die man dann halt irgendwie über USB mit normalen PC mit einer Standardsoftware, die frei verfügbar ist, für alle Betriebssysteme betreiben kann. Das haben wir jetzt auch vorbereitet. Wir haben uns in der letzten Zeit ein paar Mal getroffen, um halt diese Maschine zum einen sicher zu machen. Und zum anderen auch auf eine mögliche andere Steuerung zuzuschneiden. Weil, wie gesagt, in diesem Call-Roll, wenn ich persönlich, also es läuft gut, also es wurde schon damit gearbeitet, privat zu Hause. Ich persönlich würde es gerne irgendwie offen lassen für alle Betriebssysteme und Software. Ja, aber das Schöne daran war, dass die von Anfang an gelaufen hatte und dass sie auch ziemlich genau das gemacht hat, was womit beworben worden ist. Also von dort aus war es ein guter Kauf gewesen. Das stimmt. nicht hinreichend für uns. Deswegen arbeiten wir daran, den man es zu verbessern. Ich habe jetzt kein Bild von drinnen beziehungsweise auch von der Röhre an sich. Also hinten diese weiße Abschlussklappe, die kann man hochklappen und dann ist wirklich über fast die gesamte Länge des Kastens ist das für dich eine Glasröhre, eine Lasertube mit Wasserkühlungsröhren, die damit eingearbeitet sind. Also man muss auch definitiv mit Wasser kühlen, weil 50 Watt irgendwie die zu erzeugen. Erzeugt einfach unheimlich viel Abwärme. Also das wird auch merklich warm, das Wasser, also das Kühlwasser, was da umgewälzt wird. Man muss aber wirklich heftig umbauen. Also das ist die Aufnahme von den Werkstücken, die man reinpackt, das ist völlig unzureichend gewesen. Es sind keine Sicherheitsoptionen drin gewesen. Das heißt, da ist nur ein Hauptschalter drin gewesen. Das ist die einzige Sicherheit gewesen. Das heißt, man kann im Gewerndesbetriebs die Klappe aufmachen, die Hand reinhalten oder das ist ein Finger ab. Zigarette anzüben. Ja, alles. Typischerweise sind die Laser macht. Wir haben jetzt Notschalter reingebaut, also Notausschalter, Schlüsselschalter. Wir haben eine Temperaturuüberwachung mit drin. Wir haben eine Wasserflussüberwachung mit drin. Wir haben einen Klappenschalter oder zwei Klappenschalter sogar. Schlüsselschalter, damit nur... Genau. Das ist übrigens genau. Das ist die neue Klappe, also das silberne Teil da auf der rechten Seite. Das wird ausgetauscht wie dieses hier. Da ist nämlich auch eine kleine LDD-Anzeige mit Maulkumann, wo man halt Temperatur und wie ist die die Fließgeschwindigkeit vom Wasser und so was. Es wird alles sehr, sehr fein, sehr, sehr schön. Wurde auch alles sehr kompetent elektrisch verdrahtet und wird dann auch abgenommen, weil das Ziel ist es, dass wir eventuell diese Maschine nicht in den Space stellen, dass die nämlich hier in die Werkstattenten reinkommt. Voraussetzung ist dafür, dass wir das halt sicher betreiben können, mit einem Schutz betreiben können. Das heißt, dass nicht jeder irgendwie damit rumhantieren kann, der da keine Einweisung hat. Deswegen haben wir wirklich gesagt, dass diese Maschine nur in Betrieb genommen werden kann, wenn die Besitzer, die halt irgendwie bezahlt haben dafür, die Maschine, wenn die anwesend sind, weil auch nur die haben den Schlüssel für die Maschine, die wissen, wie man damit umgeht und was man beachten muss. Also noch ein paar andere Sachen zu beachten, weil sich hier Rauchabsaugung und Feuerschutz, also deswegen auch der Feuerlöscher, das ist halt auch für die Maschine. Also wir freuen uns schon drauf, wenn das Ding irgendwie funktionieren will, weil da kann nämlich genau solche Sachen, das Holzwasser zum Beispiel liegt, da kann man wirklich irgendwie mit ganz feinen Schnitten kann man irgendwie aus Holz und Kunststoff kann man Sachen ausfräsen. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Das ist aber ein Schaumlöscher, ne? Das ist ein kein Schaumlöscher, das ist ein CO2 auch nicht, das ist so ein Spritzlöscher, da ist so eine Flüssigkeit, die kommt da raus, weil du hast, Pulverlöscher wäre natürlich fatal, da hast du natürlich die ganze Maschine gleich sofort kaputt, wenn man da halt Schaumlöscher hat. Mit Schaum auch, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Zeugs ist, ich habe das extra aus so einem Laserforum, dass Leute das für dich als Schutz haben, wenn da wirklich mal eine kleine Mini-Brett entsteht, weil das kann durchaus mal sein, wir arbeiten mit 40 Watt, dass das Material, was man bearbeitet, dass das durchaus mal irgendwie Holz, Holz, denn da einfach kleine Buchstaben in Holz, genau, das fängt schon an zu glimmen und wenn man nicht aufpasst, dann fängt das auch an zu glimmen. Klaus der Kette ist, der ist nämlich auch Mitglied im Fab Lab an Uni, und dort haben wir auch einen eigenen Löscher dafür, einen extra dafür, und man muss mal achten, wie gesagt, wenn man kleine Buchstaben irgendwie nebeneinander so, dann gibt es eine Flamme und Holz brennt. Vielleicht noch den Benefit für den Verein, für den Eckerspace, also wir wollen ja natürlich auch, dass das dort möglichst viel gelasert wird und auch viel für die Vereinsmitglieder gelasert wird und das würde dann so aussehen, dass halt eben in der Reihe sein, eines dieser Owner, der Entschlüssel hat, wenn Teile für Kollegen und Vereinsmitglieder mit gelasert werden kann, wie das denn bezahlt wird, weil das hat auch laufende Kosten, das müssen wir uns mal ausdenken. Ja, das ist auch anständig, aber wenn der irgendwann zwei, drei, vier, fünf Jahre durch ist, dass er von neuem gekauft werden kann. Also da müssen wir uns was ausdenken, aber im Prinzip soll der auch intensiv genutzt werden. Das macht nichts, wenn der da unten in den Norden im Keller steht. Ich glaube, der wird genutzt werden. Und ich glaube, wenn du mich in Zeiten von zwei, drei, vier, fünf Jahren nennst, ich glaube, dass wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren mit denen nicht mehr zufrieden sein werden, werden uns eine oder andere Maschine hingestellt haben, die nämlich größer ist. Und stärker. Ich kann dann nur an die alten Laserbrenner, also DVD-Brenner und CD-Brenner erinnern. Bei intensiver Nutzung ist ein CD-Brenner, zum Beispiel also in der Uni, wo da immer kopiert wurde, innerhalb von einem halben bis einem dreiviertel Jahr kaputt gewesen. Also ich würde eher sagen, Nutzungsdauer wirtschaftlich ein bis anderthalb Jahre, nicht hier bis fünf Jahre. Also ehrlicherweise, ich wäre froh, wenn er kaputt geht, dadurch, dass wir ihn nutzen. Weil wenn er rumsteht und dadurch kaputt geht, das ist auch, das ist jetzt wirklich von Preis her, das ist eine sehr überschaubare Menge. Das ist auch, wie gesagt, die Gefahr gewesen, man hätte ja auch in den Haufen Schrott kriegen können und man hätte irgendwie einen Händler in China verklagen müssen, wo man gesagt hätte, okay, das ist jetzt eine Totalabschreibung, dann wäre es für jeden an 140 Euro gewesen und dann wäre es okay gewesen. Aber? Wir haben da unglaublich ein Beispiel hier in der Nachbarschaft. Genau. Also es wurde schon mal von einem Bekannten von uns, der hat sich so ein Teil mir gekauft und der steht jetzt in der Ecke, weil das Ding kaputt ist. Das Ding, wenn das einschaltet, bekommt es sofort einen Schlag, weil auch immer mal Wasser ausgelaufen ist, auch auf die Elektronik und da ist ein Hochspannungsnetzteil drin, was mit 40.000 Volt arbeitet. Muss man wissen, ob man da anpacken möchte. Also das Ding, die in der Ecke. Der hat sich jetzt ein anderes Gerät geholt, auch als Bausatz. Größer und stärker. Und ist wirklich da, das ist seine berufliche Existenz. Also der baut mit diesen Sachen, baut er kleine Kunstwerke und viel für Werbepartner, dass er Sachen damit macht und ist da sehr erfolgreich mit. Also ist da ziemlich gut unterwegs und macht richtig tolle Sachen. Das ist hier im Ansgari-Passage, Ansgari-Kirchhof. Ansgari-Kirchhof. Solange es noch steht, also das soll jetzt in dem Niedsblatt gemacht werden, aber da in dem Gebäudeensemble hat er und da seinen kleinen Laden. Heißt du, die Weltpassage? Ne, Leute, Passage nicht. Das ist glaube ich auch gar nicht. Ja, egal. Neun Essentials, also wenn sich mal den großen Laser an Aktionen angucken möchte und Sachen, die man noch nicht professionell machen kann, das ist ein ganz netter Typ, da kann man nicht mal vorbeigehen. Schuhe Gruß von Hackerspace, der kennt uns. Ja. Ein 3D-Drucker. Jungen kennt ja noch wirklich keiner. Ja. Ein weltweit großer Erfolg, genau. Fing an mit einer Silberstahlwelle und einem Lineallager, was ich bei Ebay mal gekauft habe. Das ist ausgeartet zu einer relativ großen Maschine, die aber total klasse läuft. Also das ist ein Drucker, den ich komplett selber entwickelt und gebaut habe, der gleich vom ersten Druck also wesentlich bessere Qualität hatte, wie ich es selber zu offen gewagt habe. Danke. Frage zu dem Teil, wie viel zieht das Teil in voller Aktion? Das ist nicht viel. Lass das vielleicht 50, 60 Watt sein und so, was wir wollen. Ja. Du musst ja nicht die Beleuchtung ausschalten. Ja. Die Beleuchtung ist das wenigste. Wie lange hast du da dran gebaut? 2 Wochen bis 2 Wochen. Also du gebrauchst ungefähr 6 Wochen, bis du so 80% oder 90% der Maschinen fertig hast und dann brauchst du für die restlichen 20% oder 10%, da brauchst du noch mal mindestens die gleiche Zeit. Also ich bin da so für 3 Monate, 3,5 Monate durch den Abend am Umtrainieren gewesen. Weil wenn du erstmal das Ding zusammengebaut hast, dann geht das los, konfigurieren. Und dann musst du ein paar Sachen umbauen, weil du manchmal sagst, oh, ich hab das total schwarz und ich konstruiere, ich muss das anders machen, ich muss das neu machen. Weil dann fangen die Probleme an, dann hast du Nivellierung und von deinem Bett, das ist schief und das muss nachzustellbar sein. Und da hast du nicht dran gedacht beim Bau. Also ich hab das Ding auch endlich mal auseinandergenommen und wieder nur aufgebaut. Also das stand nicht immer so da, wie es hier auf dem Bild ist. Ist aber mittlerweile wirklich eine autarke Maschine, ist ein kleiner Raspberry Pi drin, der wiederum die Schrittmotorsteuerung ansteuert. Das heißt, du steckst eine Speicherkarte rein oder kannst du auch über das Netzwerk die Dateien drüber schieben und der arbeitet dann wirklich allein die Sachen ab. Also das heißt, du kannst du anders, kannst du einen Schlüsselschalter für die Beleuchtung ausschalten und der ist dann acht Stunden lang an Druck und wenn ich mal zur Arbeit fahre, nehme ich die fertigen Sachen raus, schalte das Ding ab und fahre dann zur Arbeit. Also da bin ich auch völlig entspannt, den nachts irgendwie mal stundenlang gedrucken zu lassen. da habe ich deswegen zwei Schlüsselschalter. Das ist ein Hauptschalter und Lichtschalter und halt Not aus und in der Mitte dieser kleine Penübel, das ist ein Reset-Schalter für ein Arduino. Rechts um diese kleine Blende ist ein USB-Hub, wo man halt irgendwie durch eine Wireless-Mouse oder sowas mit rum anschließen kann oder ein Stick oder so. Der Bildschalter, der dranhängt, das ist ein alter VGA-Minibus und Schrott, den ich gerettet habe. In meiner Standardfarbe, ich kenne diese Reihe-Nummer jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich habe mir geschworen, dass ich alle Maschinen, die ich jetzt in meinem Leben bauen werde, werde ich in diesem Grün-Ton bauen. Das kann man an so ein paar Sachen, wenn wir mal Ausstellungen haben, sieht man es immer mal. Grün ist die Hoffnung. Kommen wir zu den Steuerungen. Es sind ja diese Maschinen, die werden angetrieben durch Motoren, in diesem Fall Schrittmotoren. Schrittmotoren haben den Vorteil, du kannst die wirklich winkelgenauer, kannst die Motoren ansteuern, im Gegensatz zu Getriebemotoren, die du nur ein- und ausschalten kannst und nur sehr begrenzt, irgendwie sehr punktgenau steuern kannst. Das geht auch, aber es ist ein üblich großer Hoffernd. Und hier gibt es jetzt verschiedene Steuerungen auf dem Markt, die man irgendwie bei Ebay kaufen kann oder bei den einstehenden Händlern, wo man sich fertige Platinen mit einer fertigen Firmware mit Schrittmotoren endstufen, das sind diese kleinen, klein-viereckigen Platine, die da drauf sind, die kann man jetzt mit für relativ kleines Geld kaufen, weil es gibt ganz viele China-Klone und sowas, wo man halt irgendwelche Nachbauen von irgendwelchen Original-Elektroniken beziehen kann. Also als ich irgendwie vor zwei Jahren angefangen habe, da waren noch die Bauteile wesentlich kostspieliger, halt wie heute. Also gerade auch die Schritt-Untertreiber, ich habe da glaube ich pro Stück immer noch glaube ich elf oder zwölf Euro für bezahlt. Heutzutage liegen die kleinen Dinger bei Euro 50. Also das sind also ganz, ganz gewaltige Preisunterschiede. auch mit so einem Display, was man irgendwie irgendwie dranhängt, das kostet jetzt irgendwie 20 Euro, das hat irgendwie vor zwei Jahren hättest du für das gleiche Display noch 60 Euro bezahlt. Also das ist einfach ein riesen Preisverfall. Durch die Verbreitung von dieser Technik und es gibt halt irgendwelche Drittanbieter, die sowas auf den Markt bringen, in meiner Sicht in der gleichen Qualität oder zumindest in der ähnlichen Qualität. Ich hatte bisher noch keine Ausfälle gehabt, habe schon oft in der China-Ware verbaut, gibt es eigentlich keine Probleme. Was machen denn diese kleinen Platinen genau? Was willst du da drauf? Genau, das sind Schrittmotortreiber, die im Endeffekt den Schrittmotor, du hast in einem gängigen Schrittmotor hast du zwei Spulenpaare, die, oder eigentlich ein Vielfaches von den Spulenpaaren, die mit vier rausgeführten Leitungen angeschlossen werden, die werden an diese Schrittmotortreiber angeschlossen, die werden einmal vom Strom her getrieben, deswegen Treiber und das ist eine kleine Logik mit drin, dass du als Steuerimpulse brauchst du wirklich nur ein Richtungssignal, also wie rum der Schrittmotor drehen soll und ein Takt-Signal, der halt irgendwie die Anzahl der Schritte vorgibt, wie der Drucker jetzt sich zu bewegen hat. Dann kann man noch die Art der Schrittverfahrung kann man noch einstellen, ob das ein Vollschritt, Halbschritt, das sind dann irgendwie Unterteilungen, die ist softwaremäßig gemacht, der Mikrosteps, das geht dann irgendwie, das ist dann leichtläufiger, dann geht aber ein Drehmoment runter und kommt es nicht auf die hohen Geschwindigkeiten, das sind alles Erfahrungswerte, die man mal bekommen wird, wenn man halt mit diesen Sachen arbeitet. wo ich aktuell gerade dabei bin, wo wir gerade bei den Schrittmotortreibern sind, es gibt von der Firma Watterot, wo wir ganz gerne mal über das kaufen, die haben neue Schrittmotortreiber entwickelt, nämlich die Silent Stick Steppers, Stepper Sticks, ja, Steakstep, Steakstep, zweiten Modellation gearbeitet und es gibt dann Moody's, wo einmal das Drehmoment entweder erheblich verstärkt werden kann oder was für mich sehr viel interessanter ist, dass die Motoren sehr viel leiser angesteuert werden, weil wenn man einen Schrittmotor ansteuert, mit diesen Schrittmotortreibern, man hört, dass der Motor sich dreht, das ist nicht aus der Mechanik heraus, das ist wirklich von der Ansteuerart, wie sich halt irgendwie die Spulen, wie die angesteuert werden, die füten dann so ein bisschen und man hört jetzt wie die angesteuert werden und diesen Neutreibern, die auch pro Stück jetzt um die 10 Euro kosten, ich habe mich gerade vorgestern nicht hier bestellt, ist wirklich die 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 Verfahren von diesen Motoren fast unhörbar geworden, also ich habe da Videos von gesehen und ich bin darin übergefallen und da ich sowieso mein neues Gerät irgendwie auf verminderte Laufgeräusche irgendwie optimieren möchte, das kommt auch noch mit Lagern auch habe ich mir damit, dass ich wirklich die neue Maschine, dass die wesentlich leiser sein wird wie meine alte Maschine, weil da ist es nämlich so, wenn ich die laufen lasse, man möchte nicht unbedingt da die die ganzen 8 Stunden daneben sitzen, sondern das sind wirklich die Laufgeräusche von der Mechanik, es sind die Motorengeräusche, es sind die Lüftergeräusche, ich habe jetzt lüfterlose Netzteile bei mir drin, also ich habe jetzt drei Sachen, die ich eliminieren möchte, die jetzt wirklich die Laufstärke erzeugen. Ich habe den heute zu Hause und schon ausprobiert, also im Gegensatz zu der Form-Ginger-Variante sind die wirklich, also man hört es kaum noch, also das ist mehr die Mechanik, die man dann hört, die Welle und das Kugellager, was dann halt quietscht, wenn es nicht ordentlich gewöhnt ist, als halt dann und das ist natürlich auch zum Beispiel ganz spannend und sowas, wir haben unseren Fotografen, unser Michael, der seine Filmschiene hat, wo er halt seine Zeitaufnahme macht, wenn die Schiene verfährt und sowas, das ist einfach laut, das ist, man hört merklich und sowas, dass der Motor verfahren wird, man könnte auch zum Beispiel kein Video drehen, weil das ist einfach, du hättest die Laufgeräusche, wer für ein Video, also der Ton, der wäre einfach hin. Das sollte jetzt... Das würde dann direkt auf die Mikrofonkapsel mechanisch eingekoppelt werden? Auch, genau, aber du hast aber auch schon die, der Schall, der einfach ausdrift, das ist der Gehörer. Und ich habe da Videos von gesehen, die nämlich gerade hier so eine Slider-Mechanik mit diesen neuen Schriftenuntertreibern angetrieben wird und das ist, also man hört nichts mehr. Das ist, ich war echt baff, ich hatte auch mit dem Stefan Wachter mal ein bisschen hin und her geschrieben, weil die jetzt gerade auch eine neue Version rausgebracht haben von dieser Platine. Das ist ganz spannend, sowas an so einem Entwicklung dann teilzunehmen und sowas, für das jetzt noch auf den Markt kommt. Die sind aber nicht mit dem Ramps kompatibel, oder? Doch, die haben sogar jetzt noch mehr Steuersignale, die rausgeführt sind, die man noch was er dann hat, bescheiden muss. Also man kann die so stumpf reinstecken, dann arbeiten die in so einem Standardmodus, wenn man aber diesen leisen Modus, dann muss man halt irgendwie noch irgendwie, es gibt so drei, drei Pins und sowas, die man halt entsprechend bescheiden muss. Da gibt es jetzt auch nicht einfach nur gesteckt oder nicht gesteckt, es gibt jetzt irgendwie nicht gesteckt, positiv oder negativ. Also es gibt jetzt irgendwie drei Status, die man jetzt irgendwie einstecken kann, an diesen Steuersignalen. Sign and Step Stick. Die sind jetzt wieder Ausverkauft von der letzten Zweifelich gekauft. Ja, eine weitere Steuerung, die habe ich nämlich zum Beispiel in meinen Laser-Gravierer eingebaut. Das ist die, ja, auf Basis eines Arduino UNOS, ein Aufsteckschild, genau das wollen wir rumgehen. Das ist das sogenannte CNC-Shield, das ist irgendwie von einer neuseeländischen Entwicklertruppe entwickelt worden. die gibt es jetzt für einen Bruchteil des Preises auch von irgendwelchen China-Anbietern. Die Platine kostet mittlerweile unter fünf Euro, plus allerdings die Schritten unter Freibern, die dann drauf sind. Und es gibt da eine Standard-Firmware, die man draufhalten kann, nämlich dieses GABL. Das ist auch eine freie Firmware, die ständig weiterentwickelt wird. Die kann man einfach auf den UNO spielen, der dann allerdings auch mit seinem Speicher, den er hat, völlig ausgereizt ist. Also man kann mit dieser Steuerung keinen 3D-Drucker mehr mitsteuern, weil da einfach die Funktion der Temperatursteuerung, der Heizwertsteuerung einfach überlastet wäre. Du kannst wirklich, du hast auch nicht mehr genug Pins, das kommt auch noch damit zu, dass du bei einem 3D-Drucker, du hast nochmal eine ganze Ecke mehr Steuersignale, die du abfragen musst, um da halt irgendwie die ganze Sensorik irgendwie aufzunehmen. Ist aber ideal, gerade so für kleine Fräsen oder für einen Laser-Gravierer, der nur zwei Achsen hat. Da kann man sich wirklich für ganz günstiges Geld, kann man sich da wirklich eine Steuerung aufbauen, um da wirklich mal was zu verfahren. Ich weiß ja, Jens Leopold, der irgendwie auch sich da so einen kleinen Laser-Gravierer gebaut hat, der das auch auf Basis von diesen GärWR gemacht und der hat sich wirklich auch einen schönen kleinen DIN A4-Laser-Gravierer gebaut und das Ding hat irgendwie insgesamt 40 Euro gekostet und funktioniert. Kann man mit Standard-Software jetzt kann man das betreiben. Das zeige ich Ihnen her nochmal. Aber diese Schriftuntertreiber, die da drauf sind, das sind die gleichen, die auch vorhin in den Rams-Bau drauf waren. Hier mit einer roten Platine, die unterscheiden sich nur farblich und auch intern so ein bisschen mit irgendwelchen Messwiderständen und so, da muss man ein bisschen drauf achten. Da kann man noch in so einem kleinen PUTI kann man die Stromstärke der Motoren einstellen. Es gibt so Berechnungsformeln, wie man das einstellt. Ja. Ja, das ist die Steuerung, die habe ich hier auch noch liegen, irgendwo. Das war meine allererste Steuerung, die ich mir gekauft habe für meine CNC-Frise. Da zu dem Zeitpunkt war das so ein quasi Standard bei eBay. Das Ding ist totaler Müll. Weil die Steuerung die ist wahnsinnig laut, das heißt, du schließt Motoren an und die Steuerung die fiept, also nicht nur die Motoren, sondern auch die Schubuntertreiber, die drauf sind. Die Platine hat keine eigene Logik drauf, das heißt, du kannst da nicht einfach einen G-Code irgendwie rausschicken, der dann halt die Befehle abarbeitet, sondern der hat eine parallele Schnittstelle drauf, das heißt, du musst die Steuersignale für die Motoren muss man über einen PC erzeugen, wenn man noch einen hat mit Parallelen, das ist genau das Problem. Diese Steuerung, die habe ich relativ schnell wieder rausgewissen und habe eine andere reingepackt, die allerdings auch über Parallelenport läuft, aber mit der ich wirklich null Probleme habe. Seitdem läuft meine Fräse halt mit dieser neuen Steuerung, aber diese Steuerung ist echt wenn jemand ein Projekt hat und da mit einer Steuerung mal rumprobieren möchte, stelle ich es gerne zur Verfügung. Nett ist, dass da so ein kleines Bedienpult mit dabei ist, genauso wie ein kleines Handgerät, das heißt, darüber kann man auch die Maschine von Hand verfahren. Nettes Gimmick, das kann man aber relativ einfach einfach sehen, dass man passt und das ist 13-14 Euro für ein Mega. Ja. Ich kann noch einmal kurz kommen zu Begrifflichkeiten, die sich in dem Land langweilig noch 12 Euro. Klaus, Karin, habt ihr was dazu zu sagen? Nein. Marco, das ist heute noch. Es begegnen uns in der Welt CNC-Druck und sowas immer wieder so Begrifflichkeiten, die man mal gehört hat, aber die man vielleicht nicht unbedingt irgendwie auf dem Schirm hat, deswegen habe ich die hier nochmal zusammengepasst. Was heißt CAD, CAM, CNC, G-Code, D-Druck, also das sind die Begriffe, wo man halt in dem Bereich permanent zu tun hat, obwohl man es manchmal gar nicht weiß. Also wenn man eine technische Zeitung macht, dann ist man im CAD-Bereich unterwegs. Wenn man die Maschine einrichtet, dann ist man im CAM-Bereich unterwegs, obwohl man das vielleicht manchmal gar nicht weiß. Man arbeitet mit einer Steuerung, das ist eine CNC-Steuerung. Was interessant ist, in der Mitte der Begriff G-Code, habt ihr vielleicht der eine oder andere mal gehört. Der G-Code, das ist eine Maschinensprache, die kommt irgendwie aus den 60ern, also die ist schon ziemlich alt. Das ist einfach eine Anweisungsstelle, wie in einer Textdatei, also man kann wirklich mit dem Texteditor in diese G-Code-Dateien reingehen, wo dann zahlenweise wirklich Befehle für die Maschinen drinstehen. Da steht eine Verfahrenweisung, wo dann drinsteht, fahre irgendwie mit 50% Geschwindigkeit auf Punkt X, Y, Z, bleibe da und schalte die Pumpe ein, oder wie auch immer. Das machst du wirklich mit solchen Anweisungen, das ist ein Standard, der sehe ich wirklich irgendwie auch auf die großen Maschinen, wo würde ich die großen Fabrikmaschinen mit aufzugreifen. Die arbeiten alle noch mit diesem G-Code, der schon älter ist als manche, die hier sind. Also als ganz viele, die hier sind. Schauen wir mal rein, wenn wir uns mal so ein G-Code erzeugt haben, um mal zu sehen, was alles drinsteht. Das ist ganz spannend. 3D-Druck, wie ihr das schon mal gehört. 3D-Scannen auch. Das ist hier diese eine Figur, die hier hinten steht, diese weiße Figur. Das ist ein Arbeitskollegin von mir. Die habe ich mal gescannt, der hat eine Kleintochter mal bei mir zu Hause. Also ich habe so eine spezielle Kamera, die kommt ursprünglich aus dem Spielebereich, Spielekonsolenbereich. Microsoft Kinect, das ist vielleicht vielen Leuten ein Bedürfnis. Das sind wie gesagt sogenannte Tiefenkameras, die nicht einfach nur ein 2D-Bild aufnehmen, sondern auch eine Tiefeninformationen haben. Das heißt, da wird so eine Infrahoch-Punkte-Wolke ausgestrahlt und diese Punkte-Wolke wird wiederum aufgenommen und umgerechnet. Das heißt, diese Kamera, die diese Punkte-Wolke wieder aufnimmt, die erwartet die Punkte an einer bestimmten Stellung. Wenn die durch eine Person verfälscht werden, wird diese Information benutzt, um sich ein dreidimensionales Modell zu errechnen. Man muss dafür entweder um ein Objekt einmal umzugehen, dass man von allen Seiten das Ding scannen kann oder das Objekt, das man haben möchte, muss sich einmal drehen. Aber dann hat man wirklich immer die Möglichkeit, dass man so ein 3D-Modell wirklich MWC hat. Das haben wir letztes Jahr auch am Make-A-Fair versucht anzubieten. Das ist nicht ganz so trivial, weil das ist das... Man braucht einen relativ leistungsfähigen Rechner. Dann ist die Beleuchtungssituation sehr relevant, weil da darf nicht zu viel Infrarot-Anteil im Licht drin sein und auch die Beleuchtung 50 Hertz, da spielt alles Misch mit rein, wo es schwierig wird. Die Kinect nicht auf zwei Kameras? So auf zwei Seiten? Drei sogar? Ne, zwei. Du hast irgendwie eine normale Webcam, du hast diesen Infrarot-Aufnehmer und du hast einen Strahler damit drauf. Du hast drei Augen, aber da sind nur zwei Kameras. Wobei die alte Kinect ist das Problem, die ist nur in Schwarz-Weiß und die ist auch für einen Bereich von drei, vier Metern Entfernung ausgelegt. Damit kann man keine nahen Objekte, also nicht qualitativ gut im Nahbereich einscannen. Deswegen habe ich mir eine andere Kamera geholt von der Firma Asus, die X-Chin. Da hat mir Tobi mal die erste Version auch in Schwarz-Weiß ausgelegt. Das klappt ja echt sehr gut, aber da war ich immerhin angetan. Die war auch in Farbe. Ne, die war Schwarz-Weiß. Und daraufhin habe ich mir nämlich die in Farbe geholt. Achso, ja stimmt, genau. Wir haben in der Uni die hatten, die wir mit den anderen gearbeitet. Und also diese Kamera, die ist echt, die ist sehr handlich. Ich habe da so ein kleinen Würfel gedruckt und sowas, dass man das auch vernünftig in der Hand halten kann. Und da kann man wirklich diesen Modell mit der Qualität aufnehmen und mit angeeignen Drucker wieder ausdrucken. Ich habe zu Hause schon so eine kleine Sammlung von Personen bei mir aus dem Kartenkreis. Rita musste schon ganz oft herhalten, die habe ich schon ganz oft aufgenommen. Er hat gesagt, ich habe ein neues Software, setze ich mal hin. Wie gesagt, der Asus-Kamera kommt man schon hier auch aus dem Spiele-Bereich? Die ist alles von Prime-Sense. Das sind die, also die kommen von der gleichen Firma, die auch die nachhergestellt hat. Genau. Aber die speziell, die ist nicht so für den Spiele-Bereich, sondern die ist für die Gestensteuerung für ein PC-Zustell. Das heißt, du kannst dann halt irgendwie mit Handsteuerung und sowas kannst du immer mit der geeigneten Software kannst du halt PC bedienen. Das ist ganz interessant. Ich bin aber daimler und da werden solche Versuche gemacht an den Produktionsbänden haben, dass da wirklich Arbeitsabläufe mit ergonomisch optimiert werden sollen. Das heißt, es sind ganz viele Abläufe, wo dann irgendwelche Werker, die müssen dann halt eine Arbeit abschließen, müssen dann auch irgendwo hin müssen, quasi einen Knopf drücken oder einen Stempel irgendwo drauf machen und die versuchen jetzt schon, dass die anhand einer Gestik, dass die halt ihre Arbeiten abschließen. Das heißt, die können von ihrem Arbeitsplatz aus anhand von irgendwelchen Handbewegungen hoch, keine Ahnung. Da können die halt irgendwelche Arbeitsschritte mit bestätigen oder neue Anforderungen oder Material bestellen. Also da sind ganz vielversprechende Feldversuche, die ja gemacht werden. Also nicht nur was bei Daimler, sondern auch allgemein in der Industrie war das echt ganz coole Sachen. Weil du will ich bewegungslos Sachen aufnehmen kannst, ohne dass da Leute in Interaktionen irgendwie mit einem Knopf, Schlüssel oder wie auch immer da irgendwie haben müssen. So sind wir nicht los. Berührends los. Mich würde das interessieren, auch klar, für Handtracking oder dergleichen, was Feuer angeht am Rechner. Da hast du dann so den Rasenmäher-Mann, der da früher schon nachspielen kannst mit deiner Vorrede. Ja, genau. Das kannst du auch für den Rasenmäher. Und noch der Begriff Slicing. Die Leute, die mit 3D-Druck zu tun haben, die haben diesen Begriff schon mal gehört. Slicing ist nämlich der Prozess, wo aus einem digitalen Modell praktisch je nach Qualitätsanspruch, Geschwindigkeitsanspruch, wird das Modell nämlich in Schichten unterteilt und das wiederum diese Schichten als G-Code erzeugt an die Maschine gegeben, um das dann zu fertigen. Das spielen wir aber gleich auch nochmal kurz. Hier habe ich nochmal zusammengeführt, was es für Standard-Dateiformate gibt. Das ist eine ganz kleine Auswahl, die ich einfach mal zusammengeführt habe. Ich werde diese Datei mal auf die Seite stellen, dass sich die jeder mal runterladen kann als PDF. Da sind auch Links drin zu Software, zu Steuerung und sowas, wo man das alles mal kriegen kann. Mino. Warum ist bei Cinema 4D 3D in Klammern? Das ist X so in Klammern. Weil es sind ja eigentlich 3D-Dateien. Ja, du hast aber dieses C4D-Format, das ist nur spezifisch für Cinema 4D. Während du ein SDL-Format kannst du auch mit anderer Software lesen. Das ist ein direktes 3D-Beschreibungsformat und sowas, was du auch Softwareübergreifend benutzen kannst, während du dieses C4D-Format kannst du nur mit Cinema 4D lesen. Oder halt mit irgendwelchen anderen Programmen, die irgendwelche Importer haben. Das gleiche auch mit diesen Punkt SCAT. Das sind halt eben diese Berechnungsformate, die kannst du wirklich nur mit dieser Software benutzen. Ja, stimmt. Hier habe ich meine ganze Liste mal ausgeführt mit Software, sowohl zum Erstellen oder zur Steuerung oder zur Bearbeitung von den verschiedenen Sachen. Es war ganz interessant, das alles mal durchzugucken, was es alles gibt auf dem Markt. Viele Sachen sind kostenlos, manche Sachen kosten ein bisschen was, manche Sachen sind sehr teuer. Genau, da geht das los. Cinema 4D, die Profi-Version, die kosten mehrere tausend Euro. Was? Ich habe die für 15 gekauft. Ja, das war aber kein Sinn. Da hast du die Rolingkosten bezahlt. Autocad, ich weiß nicht, was heutzutage eine Vollversion von Autocad kostet, jahren. 4.000 Euro. Ja, 4.000 Euro. Das gleiche zwischendurch ist in Solidworks. Da arbeitet du doch, glaube ich, mit Klaus? Nee, ich arbeite mit Katia und das ist unbezahlbar. Ich habe es auch vielleicht noch einfach mal hier mal mit aufgeführt, dass auch mal gucken kann, was es eigentlich einfach generell gibt. Aber FreeCut würde fehlen, weil das ist auch kostenlos und ist sehr, sehr leistungsstark und da hinten auch dran entwickelt. das heißt, da ist auch ein guter Progress drin. Ja, ist ein wenig und ist jetzt schon sehr gut. Finde ich. FreeCut war das nicht 2D? Ja, 3D. Ist ähnlich wie OpenScut, aber wie gesagt, sehr guter. Dann, gerade diese Auflösung von der Software, die ist beliebig erweiterbar. Es gibt ja so viele Sachen auf dem Markt, sowohl zur Erstellung eines Modelles oder einer Zeichnung oder zur Bearbeitung oder halt zur Steuerung einer Maschine und sowas. Das ist wirklich nur eine relativ kleine Auslage, die ich mal zusammengetragen habe. Was sehen wir noch? Das hat das auch schön gemacht. Ja, der Funktionsprozess, wenn man halt sich ein Teil erstellt, welche Schritte müssen da durchgangen werden. Das geht wirklich los, dass man sich entweder ein fertiges Modell aus dem Internet, es gibt ja Datenmangel wie zum Beispiel Singiverse, die bekannteste oder mir fällt jetzt keine weitere ein, ich bin schon so subkonditioniert auf diese Datenbank. Also es gibt in vielen Bereichen gibt es halt kostenlose, zum Teil auch kostenpflichtige Modelle, die man sich runterladen kann. Im 2D-Bereich, im 3D-Bereich, es gibt ganz viele Dienen-Vorgaben, was ich vorhin da war das Gespräch mit Schrauben gehabt oder was. Es gibt ja irgendwie Datenbanken, wo dann quasi metrische Schrauben irgendwie in allen Formen und Farben irgendwie drin sind. Die kann man sich als Modell runterladen und die in seinem eigenen Modell einarbeiten und dann weiterverarbeiten. Von SketchUp, wo wir gleich nochmal drauf gucken, das SketchUp Warehouse, der gibt es, ich will mich glaube ich nicht auf hunderttausende Modelle beschränken, ich glaube, das ist so unglaublich viel, was da drin ist. Das will ich irgendwie von Knöpfen, von Elektrosachen, du hast irgendwie Bauwerke drin, du hast irgendwie Tiere, die da irgendwie drin sind. Es ist unglaublich, was da irgendwie drin sind. Und die sind wirklich frei verfügbar. Also das ist, ich habe da noch kein Modell gesehen, was man bezahlen muss und du kannst dir das runterladen, haust dir das in dein SketchUp mit rein und druckst dir das dann aus und da wüsst du dann nicht mehr, dass du dann Schrauben zeichnen musst. Und nicht gerade solche Sachen, du hast eine normale Form, was ich in Zylinder oder was ich in Quader oder in Kreis hast du schnell erstellt. wenn du aber solche Formen hast, die wirklich mit einer mathematischen Funktion belegt sind, mit einer organischen Form, da hört SketchUp ganz schnell auf Spaß zu machen. Also da muss man sich schon etliche Tutorials irgendwie angucken, um das nachzuvollziehen, wie das zu erstellen ist. Also deswegen ist so ein vorgefertigtes Teil oder auch, du kannst dir ein Modell, wo dann halt ein kleiner Ausschnitt nur zu gebrauchen ist von dir. Du hast dann halt irgendwie, eine riesen Schraube mit einem Kopf, den du nicht brauchst und dann sagst du, ich will aber nur das Gewinde haben. Dann nimmst du einfach nur das Teil vom Gewinde und den Rest, den löscht du. Also du kannst dann auch kleine Bereiche davon benutzen. Ja, dann geht es darum, dass man diese Dateien vorbereiten muss auf die Maschine, mit der man arbeiten möchte. Das heißt, wenn ich einen 3D-Drucker habe am Schluss, wo ich das Modell ausdrucken möchte, das muss ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, in welcher Qualität möchte ich das Teil drucken, mit welchem Kunststoff drucke ich es. Das heißt, du musst dann irgendwelche Temperaturwerte musst du vorgeben oder bei einer CNC-Fräse musst du sagen, was für einen Durchmesser habe ich irgendwie als Fräser, mit welcher Geschwindigkeit kann ich verfahren, wenn ich Holz als Material benutze. Das ist anders, als wenn ich Kunststoff mitarbeite oder Metall. Also die ganzen Parameter, die erstellt man sich halt in dem Schritt Bearbeitung und diesen bearbeitenden Schritt oder nach diesem Bearbeitungsschritt erstellt man sich nämlich einen sogenannten G-Code. Das ist bei einer Fräse und auch beim 3D-Drucker ist das exakt der gleiche Prozess und auch die Dateien, die sehen ziemlich genau gleich aus. Wenn man sich so eine G-Code-Datei für den Drucker anguckt und eine G-Code-Datei für den Frästeil, da stehen die gleichen Befehle drin. Es gibt da manchmal mehr oder weniger die da mit drin stehen, weil es gibt für den 3D-Drucker das andere Befehle, die es für den CNC-Bereich nicht gibt. Aber vom Sinne ist das genau das Gleiche. Ja, dann wird die Datei übertragen zu einer Steuerung. Das geht manchmal ganz einfach. Beim 3D-Drucker hast du manchmal irgendwie Software, die automatisch eine Übertragungsfunktion mit drin haben. Es gibt zum Beispiel ein süßes Bearbeitungsprogramm Cura vielleicht schon mal gehört, es ist eben halt, wo man sich Modelle drin laden kann und dann würde ich sagen kann, ich möchte das irgendwie mit 50% Füllung in einer sehr hohen Auflösung und erstelle das und schiebe es gleich zu der Steuerung drüber. Das heißt, man muss nicht den Zwischenschritt gehen, dass man sich das irgendwie speichert auf dem Stick oder so und das dann irgendwie in die Maschine hinpackt, sondern man hat eine direkte Verbindung mit USB vom PC oder Laptop und schiebt das dann gleich in die Steuerung, die dann halt nachfolgend ist, die dann halt diese Befehle verarbeiten können. Die nehmen dann wirklich diese G-Coup-Befehle auf, fahre nach XY und macht interne Berechnungen. Ich muss so und so viele Schritte als in der Takt irgendwie auch den Schluckmotortreiber geben und der Motor dreht sich dann irgendwie für drei Zentimeter insgesamt 120 Mal bis sie dann an diesem Punkt angefahren hat. ja und das macht halt am Schluss dass dann halt die Maschine die halt an der Steuerung hängt, dass die dann halt das Teil fertig und genau an dem Schritt, das ist nochmal der genaue Vorgang, den man macht. Würde ich jetzt gerne mal an einem praktischen Beispiel damit zeigen. Einmal an einem Video, was ich nämlich zu Hause mal erstellt habe mit meiner kleinen Fräse So, was wir jetzt noch machen müssen ist die Stunde kennt ihr? Ja, super Das spannen wir ein Entschuldigung Wir ziehen das ganze ein Entschuldigung Die werden einfach in das Blatt geschraubt Ihr habt der Vordergewinn reingeschnitten Einfach schrauben dann zur Rode-Einkum also drehen Und wie mein Rechter Maustrasse Das gehört zu 7 Jahren Das wird es nicht und her aber man kann das was richtig fest unter dem Tisch verschraubt Die habe ich gekauft Und das ist MDF mittelsichtige Faserplatte Ich habe da so einen Kreuzlaser drin dass ich wirklich mal Nullpunkt genau sehen kann wo das Laser einkaufen wird Optisch ist das so die Riesenhilfe Genau Also man hat die Maschine jetzt wirklich mechanisch auf einen Nullpunkt gesetzt wo er da starten möchte oder soll Man muss die Software auch anpassen dass auch die Software irgendwie auch auf Null getritten wird und dann nämlich sein Modell irgendwie anfängt abzufahren wenn man diese Nullung wenn man die vergisst das habe ich auch schon das vergisst du manchmal das ist ein echtes Problem weil dann fährst du auf einen Punkt irgendwie mit einem Brett und sagst Mensch hier und exakt hier will ich starten und dann startest du deine Software und der fährt dir dann schräg durch das Material durch und sowas weil er auf seinen ursprünglichen Nullpunkt rauffahren möchte weil man den nicht genullt hat und das ist ein riesen Problem also da habe ich mir auch schon ein paar Fräser durch die Werkstatt fliegen lassen weil da sind auch wirklich Kräfte die da am Wirken sind also dieser Fräsmotor der mit 20.000 Umdrehungen dreht der weißt du selber genau und wenn da so ein 2mm Fräser abbricht und gerade im Schwung ist und das weiß ich noch nicht also ich habe auch wirklich ich bin ja sicherheitsmäßig ich bin eigentlich immer sehr entspannt wenn ich aber fräse ich hatte immer eine Schutzbrille auf und ich habe auch immer Mickey Mäuse auf weil lass mich gleich starten ich muss auch gleich mit den Lautstärke runterdrehen wenn du eben schon gesagt hast es ist schon laut wie man die in der Leerfahrt verfährt wird das gleich richtig laut wenn der Fräsmotor und die Absaugung angeschaltet wird du hast halt eine Staubabsaugung das ist hier dieser Schlauch der links neben dem Fräsmotor das ist einfach der Schlauch vom Staubsauger der kommt unten dieser kleine schräge Kasten der saugt unten im Staub hoch und man könnte es einhausen das ist aber alles Platz den sie dann halten heute es ist dann irgendwie ein riesen besten wo du sagst mit Nachbarn das ist durchaus dass dann irgendwie meine Nachbarin der mir dann im Garten sagt mein Genre hast du gestern wieder gefräst schön ist das auch mit der Drehbank ich habe eine alte Drehbank bei mir zu Hause und die ist richtig schön im Boden verschraubt und sowas und da hast wirklich jede Unwucht und sowas wird komplett durch unsere Häuserreihe getragen da hat eigentlich meine direkte Nachbarin nur was von sondern auch weitere Nachbarn die sprechen mich darauf an André hast du eine neue Maschine was ist das André's akustisches Informationssystem ich habe da so ein Deal mit dem direkten Nachbarn die können auch manchmal musikmisch lauter machen was mich dann auch manchmal nervt aber ich sage okay André wir müssen alle mal Kröten schlucken das heißt der mechanische Anfallpunkt den wir jetzt eingefahren haben und der Notpunkt in der Software steht überein fahre die Respekt dann haben wir jetzt eine Fräse mitzupacken das wird jetzt sehr sehr laut ich weiß nicht genau ob man das jetzt verstehen wird und kann aber ich würde sagen mal den Motor anmachen danach die Absaugung dann am Ende starten und einfach mal laufen lassen ich rede jetzt und bin ich noch ich habe noch was gesagt das wird man jetzt bisher was man da jetzt sieht der fährt jetzt mehrfach diesen Kreis ab der in dem Fall ist das sind sogenannte Zustellungen du hast Material wo du nicht von vornherein komplett eintauchst und dann irgendwie rumrührst machen musst weil dann hast du das nicht auch ganz schnell dass dann so ein Fräser abbricht sondern du hast irgendwie je nach Material kannst du nur einen bestimmten Bereich in das Material eintauchen und diese das ist ein Spaner hebenes Mittel der ist ja richtig dass das Material irgendwie rausnimmt aus der Platte und der schafft es einfach nicht wenn du irgendwie 5 mm Material hast 5 mm einzutauchen und das komplett wegzufräsen das ist einfach mit dieser Mechanik ist das sehr schwierig und deswegen kann man halt mit einem kleinen Trick dass man sagt okay ich fahre nicht 5 mm im Stück ab sondern 5 mal 1 mm das heißt ich fahre jetzt irgendwie 1 mm runter fahre die Strecke ab fahre wieder 1 mm runter und wieder ab das ist für den Fräser sehr viel besser und auch für das Material einfach sehr viel entspannter weil wesentlich weniger in Kräfte auftreten und diese Verfahren das nennt sich Zustellung bei uns also wie ist das zu sagen ich bin im Martinshof und in einer Metallwerkstatt von denen stehen auch zwei große CNC's die machen wenn da sehr harte Werkstoffe und bearbeitet werden die auch teilweise mehrfach abgefahren auch die Professionellen machen das teilweise so ich weiß aber zum Beispiel von Ben der halt auch Mitglied ist und sowas der ist auch in so Maschinenverarbeitenden Bereich und der hat mir mal von seinen Maschinen erzählt mit denen er arbeitet und das sind Dinge und sowas die liegen mehr 100 Tonnen die gehen natürlich in den Werkzeugstahl will ich irgendwie komplett irgendwie 20-30 mm rein und hauen da will ich zur Seite weg ich weiß wie bei Dingens mit seinem Plasmakatter den er an seiner Firma hat das ist auch schon sehr beeindruckend also wer ich habe kein Plasmakattern du nicht aber dein Nachbar also das ist in drei sehr beeindruckend wenn man diese diese kleine Friestechnik wenn man die mal überträgt was habt ihr für eine Fahrmöglichkeit wir können sechs mal drei Meter verfahren genau und in welcher Stärke wir können schneiden von zwei bis 60 mm oder eins geht auch aber das haben wir eigentlich gar nicht also eher wenn du 60 mm 60 mm das ist das ist schon Hausnummer Metall nicht Holz nicht Holz wir hatten ein Stahlbauunternehmen also dann hast du eine Schnittfuge von von drei Millimeter oder so weil nee dann wird es etwas mehr also bei Stahl 60 mm dann hast du schon deine 4,5 5 mm dann hast du schon richtig eine Schnittfuge halt auch wenn jede Menge Funkenflug auch muss man auch dazu muss man auch sagen dass denen da nicht so starke Kräfte auftreten wie beim Fräsen weil ein Schneidbrenner der schneidet da quasi drin es gibt keine Querkräfte deswegen auch diese großen Abmachmessungen wenn man das fräsen würde dann müsste man noch deutlich massiver werden durch die Hebelwärter am nächsten zu trotz also ich war sehr beeindruckt und dann werden die Bleche die dann ausgelasert oder ausgeplasmat die werden dann nochmal eben ein bisschen gebogen dann gibt es dann halt so Biegemaschinen und sowas wo du dann wirklich so 60 Millimeter Stahlplatten hast die dann mal eben winkelgenau gebogen werden ok ich hab das mal übersprungen weil das einfach genau was man eben gesehen hat dass die ganze konstruktion ganz schön wackelt allein schon wenn ich den schlauch ausziehe das ist irgendwie wenn man einen richtigen maschinenbauer hier hätte der würde diese maschine sehen die wackelt wenn man einen staubsaugerschlauch irgendwie rauszieht und was was ist denn das für eine kesefräse der würde heulen man muss aber nicht sagen dass die möglichkeiten dieser konstruktion extrem beschränkt sind also ich arbeite wirklich hier im bereich holz kunststoffe und vielleicht mal ein bisschen aluminium also du bist ganz weit von entfernt würde ich mit metallbearbeitung zu machen die würde ich millimetergenau in der höhetiefe und ja es ist einfach dafür nicht ausgelegt dafür gibt es andere maschinen die auch nicht unter 300 euro im materialbau zu kaufen liegen also da werden ganz andere techniken benutzt auch die antriebe das geht hier über über zahnriemen das geht hier nicht über spindelantriebe das ist alles auf low cost gelegt für meine zwecke reicht ist also ich habe die sachen die ich hier habe und auch meinen rucker und sowas die habe ich mit der fräse gemacht und mit den ergebnissen bin ich schon sehr auch zum beispiel das lochblech von unserem video da oben das funktioniert alles da kann man schon coole Sachen machen und hier kann man schon das nächste problem sehen ich sauge jetzt ein bisschen sparen ab also hier späne ab prinzipiell wenn ich alles richtig gemacht hätte müsste sich das werkstück was ich ausgefräst habe exakt unter den absaug karten gesetzen macht es aber nicht hat jemand eine ahnung warum nicht vielleicht macht die software dass es an ein zwei punkten noch fest bleibt damit das nicht raus fällt und dann durch fräst gute idee solche funktion gibt es wirklich genau ist ein sehr guter ansatz wäre auch möglich hat aber noch einen anderen grund genau also dick nicht richtig gemessen das liegt einfach dran es ist ein 5 mm material und ich habe gesagt er soll drei zustellungen a 2 mm machen das heißt er ist 6 mm schon verfahren das ding ist aber dass diese platte die ist nicht gewölbt genau und der hat irgendwie das problem gehabt und sowas beim verfahren und was der ist einfach nicht konnten auf der unterseite komplett durch gekommen das sehen wir gleich noch mal wenn man es nicht raus das hast du meinst wenn du es im baumarkt gerade ist bei haus holz das so verzogen ist also da bin ich schon so oft gesagt aber das nehme ich nicht das ist so schief da kann ich nichts mit anfangen genau da gibt es auch wakuum tische genau für solche Sachen die brauchst dann auch nicht spann weil dann hast du auch das problem wenn du sag nicht spann dann hast du manchmal echt dass du dann querkräfte einsetzt die dann will ich das hochdrücken deswegen sind diese diese vakuum spanntische die sind super sind aber echt wahnsinnig teuer weißt was du für einen vakuumtisch brauchst um 5mm MDF da runter zu saugen dann kannst du auch eine bowlingkugel durch den Garten hochziehen das sieht man schon wie das durchgebogen das heißt die kommt ein bisschen hoch die kommt nicht weit genug in die fräse dann durch also dann ist das das falsche material ich hätte einfach tiefer gehen nicht ich hätte noch eine zuschere mehr gehen müssen deswegen sieht dein Fett dann drunter auch schon gut aus genau also das hat schon leidens weg hinter sich genau auf der platte auf der brett das kann so austauschen das ist die untere platte die da ist die ist halt die unterlage von der maschine da hat dieses zweite brett was da drauf ist wo das alu auf geschraubt wird das wird einfach ausgetauscht ja 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 aber die dann beim back und spanntisch da kann man einfach rein sträsen oder stimmt genau das wird dann sehr schnell sehr teuer da musst du sehr genau arbeiten und du musst noch was unterfüttern du liest dann meinetwegen wenn du einen zentimeter platte drauf hast dann liest du nochmal 5 mm wie ein mbf muss aber auch da dann zwischendurch das noch gelocht haben das dann halt auch das oberteil gehalten wird aber genau das problem hast du dann dass du dann nicht exakt wenn nur das material aufliegen würde das nicht ausgeschmitten bekommst ohne wie die absorten rein zu kommen genau den gleichen fall ist es ja bei magnetspannklappen um werkzeug schnell und sowas zu halten so was ich kann nicht für die erhebende magneten elektromagneten untersetzt den graufer magnetisiert den steinern einfach immer noch wieder okay und inzwischen hast du auch noch ein eifersproblem du musst halt die punkte wo du halt rein fräst auch noch abkleben also die löcher sobald du halt dann drüber fräst und dann luft durchkommt dann geht er halt sozusagen die zubrückung verloren spätestens beim dritten vierten loch dann zieht er halt so viel nebenluft da muss man auch verblech hinnehmen also wenn wir bei uns in der firma lochbleche schneiden müssen mit der plasma anlage ich meine der plasmastrahl wird dann durch erhalten durch plus immunospuls ich habe ja den stromkreis wenn wir lochbleche schneiden wird der kann man abreißen dann legen wir entweder unten drunter oder oben drüber so ein millimeterblech und schneiden hier halt eben so ein normales klech dann fünf lochblech plus ein millimeter damit er vorliegt am nebenblech sondern fördern der Tischerei hier 200 große CNC und da musst du entweder passt du auch wenn du ein Stück hast dass du positionierst die sauger und passt auch dass du da nicht reinkrießt das sagt die Software auch vorher was man aber auch machen kann ist wenn du jetzt nicht so dicke stücke hast wenn du nicht so stark dann legst du einfach die opferplatte und die fräsenwilz übereinander und dadurch dass der sauger so stark ist saugt er die auch noch auch noch mit auch noch mit das ist auch ganz nett ok ja lass uns kurz zu Ende machen das ist mal schau das heißt hier muss man jetzt mit dem Messer ein bisschen nacharbeiten wo sie das nächste mal einfach noch mal eine Zustellung tiefer geben ich werde das jetzt mal rausnehmen und müssen bearbeiten danke ja und es liegt hier irgendwo in dieses kleine add-zeichen, das heißt so, das ist genau das teuer was aus der schräse rausgekommen ist ui ja also das glaube ich dann wirklich du gehst dann mit dem Cutter noch mal ein bisschen in die Linie also die kannst du von unterseite schon sehen also das ist wirklich dann noch ein Bruchteil eines Millimeters gewesen und dann gehst du dann mit dem Schleifpapier rüber und sowas anderes nächstes mal weiß man, ok, ich bitte noch Millimeter mehr und dann ist vielleicht alles gut als nächstes würde ich gleich einmal wirklich mit SketchUp ein kleines Teil kreieren, bearbeiten und auf den Laser-Gravierer geben ich würde früher vorstellen, dass wir mal so eine 10 Minuten, eine Viertelstunde auch auf Hause machen was haltet ihr davon? wir fangen jetzt mal an, dass wir uns ein kleines Modell unter SketchUp SketchUp ist ein CRD-Modell, wo man 2D und 3D Objekte kreieren kann da habe ich mich am Anfang schwer mitgetan mittlerweile macht es echt total Spaß damit umzugehen das ist echt irgendwie, wenn man erstmal so eine Indizialzone hatte dann weiß man auch, was man damit irgendwie machen kann und wie man es machen kann ist kostenlos, kann man sich runterladen gibt es für Mac, gibt es für Unix und gibt es für PC aktuelle Version, glaube ich, die 10er soweit ich das weiß SketchUp kann man finden ist auch in der Linkenliste mit drin bei der Software wenn man sich jetzt ein Modell baut dann sollte man sich überlegen wo will ich das bearbeiten, beziehungsweise was habe ich Gemütlichkeiten zu bearbeiten bei meinem Laser-Gravierer weiß ich ich habe nur eine maximale Bearbeitungsfläche von ich glaube 10 x 10 cm ungefähr das heißt, ich brauche jetzt gar nicht anzufangen ein 50 x 50 cm Modell zu kreieren weil ich es einfach auf dem Gerät nicht den kriege das zu bearbeiten deswegen bin ich auf einem Arbeitsraum halt einfach beschränkt eben durch die Abmaße der Maschine wir machen das einfach mal dass wir uns ein ein Kreuz eine Fläche von 10 x 10 also 100 mm x 100 mm kreieren und da können wir uns jetzt frei bewegen was wir uns jetzt was wir uns jetzt bauen wollen wir machen uns mal einen Ausschnitt rein wir machen uns ein Loch rein und wir machen uns noch einen Buchstaben rein da ausgeschnitten werden so ok wunderschön es wird nicht so so es wird nicht so warm es wird nicht so es ist nicht so es wird nicht so Wenn ich das jetzt auslese, dann ist natürlich dieses Stück nicht verbunden mit dem Rest. Das wird einfach auch mit ausgeschnitten und bleibt dann einfach liegen. Ja, und was macht man denn in dem Fall? Man nimmt eine andere Schriftart, Stencil. Zum Beispiel Stencil, die ist dafür vorgesehen, dass immer noch so kleine Ecken stehen bleiben. Dann schaue ich doch mal, ob sie installiert ist. Das ist ein cooler Typ. Ist die Standard-Besignung drin? Nein, die ist schon. Nein, die gibt es auch kostenlos. Also da gibt es ganz viele von diesen Schriften, genau. Das ist nämlich das Problem, was Klaus anspricht, dass du eine geschlossene Fläche hast, die nicht durch eine umlaufende Fläche angebunden sind, dann hat man einfach das Problem, dass das irgendwie in der Ecke liegt und es nicht gehalten wird. Das Problem hat man zum Beispiel auch, wenn man Folien machen lässt. Wenn man zum Folienbeschrifter geht und da irgendwelche Buchstaben oder Zeichen irgendwie ausgeschnitten werden, würde man das, wenn man halt die Folie abziehen würde, würden da Schläge drin sind. Dafür gibt es sogenannte Transferfolien, die man nochmal drüber klebt. Und dann zieht man nämlich diese Transferfolie mit dieser Folie, die ausgeschnitten ist, zusammen ab, klebt das auf das Objekt drauf und dann zieht man nämlich die Transferfolie ab und pult da noch ein bisschen die ausgeschnittenen Sachen damit raus. Klappt relativ gut. Okay, aber das war die Schriftarten, die denn diese Brücken haben, die sind immer so nach dem US-Militär aus. So genau, Army-Schriftart. Also Holzkissen und sowas, die sind ja eher so beschriftlich. Weil die nicht genau dasselbe Problem haben und dafür ist die erfunden worden. Okay, das ist jetzt ein Modell, was wir uns erstellt haben. Das könnten wir jetzt auch, also das ist jetzt ein 2D-Modell, das könnten wir uns jetzt auch ausprobieren, indem wir das einfach... Was sind denn das immer für Fehlermeldungen? Wie bitte? Was sind das denn noch für Fehlermeldungen? Ja, das ist eigentlich, weil ich den Firewall angetragen habe, dass er nicht nach Hause telefonieren darf. Und deswegen fragt er immer, ich will nach Hause telefonieren, aber du lässt mich nicht. Das war ursprünglich ein Google-Produkt. Genau. Vorsichtig. Ja, genau. Das haben wir nicht ausgeliefert. Also man könnte im Prinzip ja... Ja, das wurde ja auch von denen ausgeliefert, ja, irgendwie sowas. Man könnte im Prinzip ja dieses Modell jetzt sowohl ausdrucken, das könnten wir jetzt, das machen wir einfach mal, also dass wir uns das Modell erstellen. Es gibt nämlich sogenannte Export-Plugins. Es hat Google von Haus aus nicht die Funktion, dass es 3D-Formate exportiert und nur nur 2D-Formate beziehungsweise Bildformate. Da gibt es aber im Netz, gibt es ganz viele kostenlose Plugins, die man sich irgendwie ganz einfach installiert. In den neuen Versionen kann man einfach an die installiere Plugin, da gibt es dann irgendwie eine Möglichkeit bei den Optionen. In der alten Version, da muss man einfach diese Plugin-Datei, die man sich darunter lädt, in ein bestimmtes Library-Verzeichnis an das SketchUp irgendwie legen. Dann startet man es einmal neu und dann wird es automatisch eingelesen. Also es ist beides, ist auch mal gut beschrieben. Es gibt die Möglichkeit in SketchUp in DAE zu exportieren und das in Cura zu importieren direkt ohne STL. Und das ist viel schicker und viel schöner. Und wenn man das in Cura nämlich als STL-Datei auch speichert, was Cura hier von Haus aus kann, dann sieht das besser aus als mit dem Plugin für SketchUp. Da machen wir das einmal. Das ist einfach speichern unter oder was? Dann kannst du da DAE wählen oder was? Exportieren oder speichern unter? Nee, Entschuldigung. Du musst exportieren. Da genau. Mit Cura kann man eine STL-Datei abspeichern? Da können wir in Cura auszweißen und so weiter. Also Entschuldigung, dann auch in anderen Formaten speichern. Und ich werde es parallel, wenn ich jetzt noch als 2D-Datei exportieren. Jetzt können wir einmal das 3D-Modell unter Cura Cura, das ist ein kostenloses Programm. Zum einen zum Bearbeiten von Modellen. In diese Qualitätsstufe, dass man irgendwie reingeht, dass man sagt, okay, ich möchte in einer Layerhöhe von 0,1 mm mit einer Füllung von 50%. Das heißt, wenn man druckt, man muss nicht unbedingt mit 100% ein Modell füllen. Es liegt irgendwo ein Frosch rum wo der halbe Kopf fehlt. Dann kann man ganz gut mal reingucken in sowas, dass da so eine Glitterstruktur eingearbeitet wird. Das ist einfach, weil ich gesagt habe, dieser Frosch, der soll innen drin, soll er nur zu, ich glaube, 20% ist das wie gefühlt sein. Und sagt sich einfach, okay, 80% ist Luft. Macht sich dann halt genau diese Glitterstruktur automatisch ein. Ist für die Stabilität, für das Modell völlig ausreichend. Das Modell wird schneller gedruckt, es wiegt weniger und man braucht weniger Material. Hat eigentlich nur Vorteile. Bei den meisten Sachen reicht das völlig, wenn man da wirklich einen Füllgrad von 50% oder weniger. Manchmal braucht man wirklich irgendwie viel. Es gibt irgendwie dieses eine Teil, wo das Metallteil drauf geschraubt ist. Das ist diese Liga. Das ist ein Teil, das habe ich nur 100% gedruckt, weil das nämlich massiv sein soll. Das ist eine kleine Abschussvorrichtung für eine Wasserrakete. Und wenn da 3, 4 Bar an Luft draufkommt, da ist schon richtig in die Klappe wieder drauf geht. Und dann möchte man möglichst ein stabiles Teil haben. Also so sind dann halt die Vorgaben, dass man sagt, okay, ich möchte manche Sachen sehr stabil machen. Das dauert dann aber halt irgendwie fünfmal so lange, als wenn ich es halt nur mit 20% drücken würde. Und für so einen Frosch reicht das völlig aus. Da wird ein Frosch wie... 20 Bar hält das nicht aus. Willst du wieder Frösche aufblasen? Ja, okay, sehr klassisch. Und es wird gelagert. Und es sieht super schick aus. Und es wird jetzt geändert, also das heißt, es wird irgendwie die Optik angezeigt mit den Parametern, die wir angegeben haben. Wir können uns jetzt auch, es gibt es in so einem Schichtmodell, wo wir wirklich sehen, wie jede einzelne Schicht aussieht. Also der hat insgesamt 175 Lagen. Das heißt, es fällt 175 Mal die ganze Strecke ab und füllt das mehr oder weniger mit der Mechensahme. Und jetzt ist der, man kann sehen, der ist relativ gut gefüllt. Wenn ich jetzt noch sage, der soll nur die Füllung von 20% haben, sieht das Ganze nämlich schon ganz anders aus. Da sieht man nämlich, dass dieses Raster sehr, sehr viel drüber ist. Und wenn ich sagen würde, ich würde das jetzt zu 5% irgendwie machen. Also mit 5% habe ich noch keine Sachen gedruckt, weil es einfach die Gefahr läuft, dass die Außenwandlung und so was, das einfach nicht stabil ist. Also die Wandstärke kannst du einstellen. Genau. Aber trotzdem. Also auch... Der Deckel. Ja, der Deckel. Ja. Genau. Das merkt man, wenn man wirklich mal so ein Modell druckt und so was. Man hat ja irgendwie... Man muss sich ganz schnell davon entfernen, dass man sagt, ich habe jetzt einen 3D-Drucker und kann sofort ein Modell drucken. Es dauert relativ lange, bis man ein Modell so rauskommt, wie man es auch haben möchte. Also es kommt immer gleich sofort was raus, aber nicht das, was man haben möchte. Und ich sage, diese Parameter mit Temperatur, Geschwindigkeiten, Qualität, das sind immer diese Parameter und so was, die einen ziemlich lange beschäftigen, bis man will ich die Sachen rauskriege, die man hat. Also es hat für mich relativ lange gedauert. Das ist ein Prozess, der mir persönlich viel Spaß gemacht hat, weil es auch sehr, sehr lehrreich war. Muss einfach jeder auch mal mitbrüchen. Also nicht verzagen, wenn es am Anfang nicht klappt. Es wird... Ich glaube, das läuft. Genau. Hier kann man, wie gesagt, hier Print Speed und Drucktemperatur. Diese Temperatur ist immer bezogen auf die Druckdüse. Das heißt, der Kunststoff, den man zuführt, PLA, ABS oder Nylon oder wie auch immer, am Vermehrstelle haben wir dann immer so grobe Vorgaben, in welchen Temperaturen die geschmolzen werden oder beziehungsweise gedruckt werden. Da sollte man sich auch dran halten, aber auch da gibt es Spielraum, den man nutzen kann. Dann gibt es auch noch eine Betttemperatur, die man irgendwo angeben kann. Ich richte etwas gerade nicht. Du hast kein Heizbett, deswegen kannst du... Genau, das ist ein Konzept. Heizbetten hat man bei 3D-Druckern als unterste Lage, also praktisch als Druckbett, wo das Kunststoff drauf als erste Lage draufgelegt wird. Das kann man so machen wie ich, der einfach nur eine Glasplatte hat, die mit einem speziellen Klebefolie belegt ist und man druckt mit PLA einfach drauf. Bei mir funktioniert es, wenn ich zum Beispiel ABS nehmen würde, würde es auf jeden Fall schon mal gar nicht funktionieren, weil es gibt einen sogenannten Warping-Effekt. Hat man schon mal gesehen, bei den Durchmodellen, natürlich leider so nehme ich mit, Warping sieht man sofort, wenn man Modelle hat, wo die Ecken nach oben gewölkt sind. Man hat mich das Problem, wenn man halt schichtweise druckt. Und man hat immer von Schicht zu Schicht unterschiedliche Temperaturen. Und unterschiedliche Temperaturen erzeugen immer mechanische Spannung im Material. So, und es ist die unterste Schicht, die ist kalt und die Schichten oben drüber, die sind warm und der Kunststoff erkaltet halt unterschiedlich schnell. Und dadurch gibt es halt diese Spannung, die entsteht. Das kann man irgendwie ganz erheblich reduzieren, indem man ein beheiztes Druckbett hat, indem man nämlich die unterste Schicht immer warm hält. Das heißt, die Ecken, die bleiben immer relativ elastisch auf dem Boden. Und erst, wenn alles gedruckt wird, oder alles gedruckt wurde, erst dann wird das Heizbett abgeschaltet und dann zieht sich das relativ gleichmäßig zusammen und löst sich dann noch mehr oder weniger gut irgendwie vom Druckbett. Braucht man nicht bei allen Kunststoffen, wie gesagt, bei PLA, das kann man relativ einfach drucken. Ich brauche es nicht. Ich habe überhaupt auch bei der neuen Maschine, die ich gerade baue, ist kein Heizbett vorgesehen. Ich habe alle Teile, die ich hier gedruckt habe, ohne Heizbett. Das gibt keine Warbling-Effekte. Aber das ist jetzt alles PLA, oder? Das ist alles PLA. Also ich habe noch überhaupt kein ABS. Ich habe heute noch dieses PLA Flex, habe ich halt verarbeitet. Das ist aber auch total einfach zu verarbeiten. Also was auf jeden Fall, wenn man die Kette mitmachen? Was für Ketten? Ja, wenn man ein Dual Extruder hat, dass man dann Gummi nimmt, aber mit PLA oder ABS stiften und dann wird das so eine Kette, die dann auch fest ist. Falt, probier es. Wenn du einen Dual Extruder zur Verfügung hast, bin ich gerne darauf, dass ich mich gespannt bin und auf das er geht. Also was dieses Warbling auch sehr stark verwendet, ist halt ein Rand. Ein Rand. Ja, genau. Es gibt hier Tools, in denen man hier nämlich ein sogenanntes Brim und Raft einstellen kann. Brim ist wirklich, dass er sich ein paar Linien aus einem Zudruck und das bedeutet einfach, dass eine Schicht lang hier meinetwegen 20 Linien umzugedruckt werden, die auch mit dem Hauptmodell miteinander verbunden sind. Und es ist einfach eine erhöhte Adhäsionskraft, also eine höhere Auflagefläche und sowas, die irgendwie am Boden klebt. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sich dann die Ecke hochbiegen. Bei mir hat das auch das Schuss... Das hat sich das Tape abgelöst. Ah, okay. Das lag da halt so gut am Tape, das hat sich einfach das Tape abgelöst. Also auch da, das ist wirklich mit Kunst und Wissenschaft für sich. Also es gibt gerade zum Thema Druckbett mit Temperaturen, Materialien. Es gibt Klebefolien, es gibt so ein Blu-Tape, es gibt Kapton-Tape, Glasplatte mit Haarspray, mit Holz, mit Lime, mit Retschläbestift. Also man versucht es einfach, dass man halt die untere Kunststoffschicht, dass man die möglichst lange, möglichst flächig unten auf der Platte aufliegen lässt. Aber auch so in der Form, dass man das auch wieder gelöst bekommt. Es gibt manche Dinge, dass es dann so bombenfest, dass es einfach nicht irgendwie gewaltlos runterkriegt. Der neueste Trend für die Beds unten sind iPad-Displays. Also das Glas da oben drauf, das ist so einzeln, das Gorilla-Glas. Da pappt ja nichts dran, aber es ist Arschblatt. Das ist am Anfang von der Strecke. Das soll besser als Captain-Tag sein. Wenn mir eins zur Verfügung gestellt, nutze ich es gerne mal, ich probiere es gerne mal. Du kriegst dieses Ersatzglas, kriegst du einzeln, ohne Display. Also nur das Glas, was bei der Platte oben drauf ist. Und das soll sehr geil sein. Wir hatten sie einfach mal bei Hackaday oder so. Also es wird regelmäßig immer mal wieder mit Autos Dorf getrieben. Da ist dann, wenn du eine Höhne drungen möchtest. Da haben wir gerade ein Glas. Also da gibt es immer mal wieder in den Foren, da gibt es dann natürlich dieser Dauerdruck der Betten, da sind dann natürlich Kunststoffe, die dann speziell beschichtet sind. Ich habe schon meine Versuche hier mal mit Ekoxy-Platten, mit Holz, mit Glas, mit verschiedenen Folien. Also man macht da auch in dem Bereich macht man seine Experimente. Ich habe jetzt meinen Workflow gefunden. Ich habe gesagt, so eine Spezialfolie auf einer Glasplatte. Das klappt sehr gut bei mir. Ja, muss jeder mal tun. Gut, also hier ist wie gesagt dieses Programm, was halt dieses Modell berechnet in den Vorgaben, die man der Maschine gibt. Und von hier aus gibt es dann die Möglichkeit, dass dieses Drucker, das ist, genau. Wenn jetzt ein Drucker angeschlossen ist, diese Software, die ist speziell mal von der Firma, die auch den sogenannten Ultimaker produziert hat, das ist eine holländische Firma oder eine niederländische Firma, die halt ein quasi Standardgerät entwickelt hat in den letzten drei, vier Jahren, was immer so mit unter den Referenzgeräten gewertet wird. Das heißt, man muss sich immer irgendwie dem Ultimaker und dem Maker-Bot stellen, weil das nämlich die beiden Platzhäsche sind im Konsumerbereich, wo man sich halt anzumessen hat. Und das ist halt diese Standard Software, die mit ausgeliefert wird. Das kann sich aber auch jeder runterladen und selber benutzen und halt irgendwie auch an seine Maschine, wenn es eine spezielle Firmware gibt, die halt auch diese Sachen bearbeitet. Da könnte ich jetzt auch meinen Drucker mit halt anschließen. Wo war es denn? Ich habe da auch schon mitgearbeitet. Du hast aber Maschine, halt eben die Maschinen da. Genau. Ich muss dann heute meine Druckgröße, meine Bettgröße müsste ich ja nicht eingeben und so. Und jetzt könnte ich jetzt entweder, dass ich es hier direkt auf die Maschine gebe oder ich sage, ich speichere mir den sogenannten G-Code Demo und speichere mir das. So. Und den gucken wir uns jetzt nämlich mal an. Also der würde jetzt mit der Maschine, ich schicke das hin und der fängt an zu drucken schichtweise wirst du dann irgendwie, ah ja, der sagt zwischendurch auch, er braucht für dieses Modell zwei Stunden elf Minuten. Er braucht drei Meter 55 an Filament, an Material. Das sind insgesamt 28 Gramm und das weiß ich nicht. Diese Werte sind Das ist ein Preis. Stimmt. Diese Werte sind erstaunlich genau. Also ich habe das will ich mal sowohl von der Zeit als auch mal will ich Sachen nachgewogen. Das kommt echt gut hin. Man muss dann halt will ich hier zusehen, dass man auch die richtigen Parameter für Düsengröße und es gibt hier Flow, dass man dann auch immer so ein ja aber es gibt Parameter, die man halt relativ genau eintragen muss, um dann würde ich irgendwie eine relativ genaue Berechnung zu haben. Dann können wir wirklich sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie acht Stunden brauche ich dafür, ich bin irgendwie in acht Stunden muss ich zur Arbeit, eine halbe Stunde vorher ist das fertig, ich kann auskühlen und ich kann es dann vorn rausnehmen. das hat mich insgesamt 80 Cent gekostet und ich muss mir in 26 Tagen eine neue Spule kaufen. Ich habe mit der Zeitberechnung schlechte Erfahrungen hier gemacht. Also hier bin ich unser Gerät. Das kann sein. Ich habe die Erfahrung, dass er mindestens so zwei Drittel länger braucht. Zwei Drittel? Ja. Ich habe teilweise fast doppelt so. Okay. Das ist aber echt ein Rögel. Das falsche da anstecken. Nicht. So, jetzt haben wir alles natürlich Demo genannt. Du hast jetzt eine 2D-Datei und eine G-Code-Datei. Ich habe eine J-Code-Datei. Die unterste ist genau. Diese Datei, das ist eine sogenannte G-Code-Datei, fängt an bei den nicht ausgeklammerten Feldern wirklich diese Befehle abzuarbeiten. Hier hat einen G-Code-Datei, also eine Kopfzeile, wo halt zum Teil Maschinen-Daten eingetragen sind und Beschwanderungs-Daten und fängt an ab hier praktisch irgendwie Zeile für Zeile seine Sachen abzuarbeiten. Der fängt an mit dem Befehl M107, was immer das bedeutet. Das ist glaube ich Lüfte 1. Ganz um, M107 schon mal start with a fan auf. Okay. Stimmt. Und irgendwann schaltet der ihn ein. Stimmt. Der hat die erste Linie und sowas, die macht er ohne Lüfter und danach schaltet er hin dazu. Genau. Dann sagt er mit einer bestimmten Beschleunigung fährt er den Punkt X90 an und Y89 und Z-Achse auf 0,30 und macht das dann in einer Tour weiter. Das heißt also, jeden Eckpunkt und gerade wenn man Kreise fährt und sowas, das sind also eine unendlich große Zahl an Zeilen die er abarbeitet, weil ein Kreis besteht nicht irgendwie aus einer Funktion, sondern wirklich, das wird unterteilt in kleinen Punkten im Raum und je nach Qualität wie man es eingestellt hat und sowas hat er also ganz viele kleine Punkte die auf der Linie eines Kreises liegen und fährt die dann ab. Das kann dann wirklich sehr, 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 sehr lange dauern und das ist nur für dieses relativ kleine Teil und Hausaufgabe für nächstes Mal ist. Genau. Was macht ihr an dieser Stelle? Wo steht ihr im Modell? Man muss aber wenn ich jetzt denken, der hat 175 Mal macht er eigentlich genau das gleiche, nur dass die Z-Achse einmal ein bisschen um 0,1 Millimeter nach oben verfahren wird und fährt dann wirklich irgendwie die nächsten 50 Zahlen exakt so wie die Zahlen zuvor haben. Das ist jetzt praktisch so ein Copy and Paste. Prinzipiell bräuchte man keine Software um sich jetzt ein Modell zu schreiben. Man könnte es im Notepad machen. Also wer mit Wirt umgehen kann, der kann sich seine Modelle schreiben. Wer es machen möchte, den beglückwünsche ich. Ich tue es nicht. Ja, zu machen, aber Giko kann schon Kreise auch. Ich weiß nur nicht, ob die die Software die auf dem Wort läuft und die 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 für Kreiskarten Ja, es gibt da richtig G-Winkel auch für Gabel Ja, das wollte ich noch mal zeigen, die hat so eine G-Datei G-Datei aufgebaut ist Also man kann es editieren Also man kann auch im Nachhinein kann man halt noch ein paar Befehle dazufügen oder etwas rausnehmen Man kann auch mit diesen Befehlen auf Befehlszeil Ebene kann man auch die Maschine steuern Das heißt, wenn man irgendwie Zugriff hat auf ein Terminal von der Steuerung dann kann man wirklich mit diesen einzelnen Steuerbefehlen kann man manuell die Maschine verfahren Das machen wir nämlich jetzt mal dass wir unseren kleinen Lasergravierer betrieb nehmen Und zwar haben wir jetzt ja diese G-Code-Datei wo halt die Verfahrenweisungen vorliegen und wir müssen diese Maschinen jetzt ansprechen Das heißt, wir müssen uns irgendwie diese Datei zur Steuerung schicken Ich muss mit der Kontakt aufnehmen Da habe ich jetzt ein Programm das heißt Serial.com CNC Darf ich mich daran erinnern, dass du noch kein G-Code erzeugt hast für zwei Doch, habe ich Ja, ich habe eine DXF-Datei Also auch diese DXF-Datei die, es müsste dann dies sein Ah ja Das ist auch Ja Ja DXF ist anders aufgebaut, aber halt eben auch zahlenbasiert im Klartext Bis sowas ähnliches wie Glico Also nicht ganz Ja Ja Okay Das wusste ich nicht Okay Vielleicht nur ein Nehmen Sie davon Ist ja nur 2D Ja Ja Genau Nee Die DXF geht auch in 3D Nein, aber das jetzt Also Ich nehme die Verbindung auf Also ich habe Über USB habe ich dieses Arduino Board mit dieser JBL Firmware habe ich verbunden mit meinem PC Sie erzeugt eine virtuelle, serielle Schnittstelle die ich hier bei mir die Konzert ist und ich weiß ich muss sie mit 115.000 Baut verbinden und habe jetzt meine Maschine verbunden Das sehe ich nämlich hier schon gleich Okay Okay Ich kann mir zum Beispiel auch die eingestellten Parameter für eine Maschine also wie sie wie sie konfiguriert ist auslesen und auch eingeben Das heißt hier in dieser Firmware oder in dieser Konsole habe ich Möglichkeiten meine meine Maschine einzurichten Das heißt was habe ich für einen Schrittmotor mit welcher Auflösung was habe ich für einen Zahnriemen oder für eine Spindel mit drin also wie viele Umdrehungen des Motors brauche ich um die eine Achse 3 mm oder 1 mm zu verfahren und diese Parameter muss ich hier eingeben das muss man in jeder Firmware machen ob das ein Ramp ist oder mit ein bisschen anderen Sachen Point of Face dann muss man überall diese Werte wie tatsächlich die mechanischen Werte der Maschine sind die muss man der Firmware mitteilen damit die weiß wenn jetzt halt der Befehl kommt fahr 5 mm muss sie das intern umrechnen ich habe halt Zahnriemen mit MXL Teilung und 18 Zähne am Antrieb ich brauche so und so viel Umdrehung um dann halt Millimeter zu verfahren das kann man halt in dieser Firmware machen ist im Internet an etlichen Stellen ziemlich gut beschrieben manche Sachen sind ganz schlecht beschrieben ich habe nämlich ich habe Endschalter angebracht und habe mir in Wolf gelesen wie man diese Endschalter Konfiguration einstellt da habe ich echt eine Woche für gebraucht weil das ist mir das Coole ich habe jetzt einen Nullpunkt den ich anfangen kann mit einem Befehl der hat jetzt unten links ist sein Startpunkt wo er anfängt sein sein Modell abzulassen durch diese Endschalter hat er halt die Möglichkeit dass ich ihn nicht irgendwie manuell da wie hinfahren muss und sage hier ist 0 sondern der fährt bis zu einer bestimmten Stelle wo er der Endschalter schaltet und sagt hier ist mal 0 das heißt das ist auch eine immer ein Referenzpunkt den ich immer wieder anfangen kann wenn ich den von Hand anfahre und dann sage ich dir ist der Nullpunkt den einfach wiederzufinden wenn ich die Maschine immer aus- und eingeschaltet habe ist unmöglich du wirst diesen Punkt nicht zu 100% wieder anfangen können wenn du allerdings Endschalter hast dann hast du sehr wohl immer einen fest definierten Nullpunkt den du anfangen kannst so wir laden uns das Modell und diese DXF-Datei da war das war die 3D-Datei und das ist diese Datei die nur DXF-Datei nicht dran gehängt also das ist das ist eine sogenannte DXF-Datei die laden wir uns genau hier zeigt auch die Linien an die er abarbeiten würde und gleich auch wird das ist doch noch kein G-Code das ist vollkommen korrekt weil wir haben einen Schritt total übersprungen das ist ich wollte euch mal testen ob ich hier was wir jetzt nämlich machen müssen dass wir uns nämlich diesen erzeugten G-Code für die Maschine anstellen nämlich Geschwindigkeiten und sowas soll ich jetzt an wir haben ja wirklich nur eine eine Zeichnung die irgendwie eine ein Modell abbildet wie ich das aber bearbeiten möchte das habe ich ihm noch nicht mitgeteilt das mache ich in der sogenannten CAM-Verarbeitung Computer-Aided Manufacturing da sage ich nämlich dass ich mir das Modell noch einmal lade nämlich dieses das ist so schön dass ich aufgepasst habe bitte mal nicht verallgemeinern ich habe aufgepasst ich habe aufgepasst auch du auch ja genau einmal du hast genau die Gegenkonten ja da kommt das aus ich glaube muss ich noch mal ein G-CF nennen ja ich will das sehen ich habe so gut nur sinnvoll wenn du Drehzahl anstellen kannst das heißt das Modell was wir vorhin erschert haben mit SketchUp mit dem Nullpunkt hier unten links ist auch jetzt unten links der Nullpunkt von der Maschine wird jetzt hier angezeigt was ziemlich cool ist hier kann man nämlich jetzt nicht genau sehen das ist nämlich ein Kreis den haben wir sehr sehr grob gezeichnet in SketchUp da kann man nämlich die Möglichkeit haben dass man halt den Kreis sehr fein macht oder halt relativ grob lässt wenn man den relativ grob lässt das kann man zum Beispiel in diesem Teil relativ gut sehen wenn das mal rumgehen lässt da kann man nämlich genau sehen das sind einfach nur gerade Linien die mit einem Winkel miteinander verbunden sind und nicht wirklich ein durchgehender Radius der gesteht wird auch dieses werden wir gleich im Modell relativ gut sehen können dass das eine relativ grobe Verkreisung ist bei schrägen oder geraden Flächen ist das kein Problem das kriegt ja relativ gut hin aber Kreise das ist immer das Problem deswegen gibt es bei SketchUp gibt es die Möglichkeit wenn man wenn man Kreise zeichnet dass ich dann nämlich sage standardmäßig sind 24 Seiten also 24 gerade Linien mit Radien bilden einen Kreis ich kann jetzt aber sagen ich möchte irgendwie was ich einen Kreis haben der aus 96 Teilen besteht das ist sehr viel feiner hat aber am Schluss wenn der G-Code erzeugt wird oder die sind die G-SF-Datei wesentlich mehr Zeilen die er sich erzeugt jetzt muss man sagen okay muss ich oder will ich das wirklich genau haben ich weiß gar nicht ob es länger zur Bearbeitung dauert also diese Datei wird aber unnötig groß mir reicht das meistens mit 48 Seiten ist immer mein Standard diese einstelle und das reicht mir immer völlig aus sowohl für Druck als auch Friesen dann sieht man irgendwann keine Abstufung mehr wenn du natürlich so ein riesen Ding hast dann siehst du es wieder wenn du so ein kleines Ding hast mit 3 Millimeter dann reichen auch 24 Seiten klar genau das Problem bei den Sachen mit den Buchstaben wird aber eher sein dass der Buchstabe einfach nicht das Nationaldecker Format genommen irgendwie Schuhzeitfront oder was ähnliches dass der einfach nicht genauer definiert ist weil die nicht damit gerechnet haben dass einer so ein Schatten hat so in dieser Software das ist eine Kaufsoftware die kostet 35 Euro ich habe sie mal für 25 gekauft ja Schnäppchen gemacht da kann man jetzt wirklich in seiner Maschine so anrichten wie man es haben möchte ich richte sowohl meine Fräse also meine Fräsdateien mit dieser Software ein als auch meine Dateien für einen Laser da kann man sich Werkzeuge anlegen dass man sagt okay ich lege ich mir jetzt das Werkzeug Lasergarriere ein also diese Maschine ein ich habe einen Fokuspunkt von 0,1 Millimeter Z-Achsenparameter brauchen wir nicht weil der hat keine Z-Achse er soll mit einer Verfahrengeschwindigkeit die Sachen abfahren jetzt von 800 Millimeter eine Minute ich weiß aus Erfahrung wenn ich einen Lasergarriere mit 800 Millimeter verfahre habe ich einen sehr feinen aber nicht tiefen Schnitt wenn ich damit mit der Geschwindigkeit runtergehe das ist nämlich meine Leistungsregelung ich habe nicht die Möglichkeit dass ich den Laser in der Leistung regle ich mache die die Regelung des Schnittes mache ich einfach über die Verfahrengeschwindigkeit wenn wir eine Fräse haben in der man die Drehzahl regeln kann dann kann man auch hier ein Parameter angeben dass ich sage ich möchte Kunststoff mit nur 3000 Amt an der Frässpinne bearbeiten im Gegensatz zu Metall das möchte ich mit einer hohen Frässchwindigkeit haben wir hier auch nicht das war weg das heißt jetzt alles mit diesem Werkzeug das ich jetzt bearbeite wird jetzt bearbeitet ich habe jetzt einen an der Zeichnung die Umrisse habe ich mit diesem diesen Fräser der irgendwie einen einen Schnittpunkt hat von 0,1 Millimeter einmal abgefahren wenn ich jetzt einen Fräser nehmen würde der irgendwie einen genau das sieht man schon der irgendwie einen größeren Durchmesser wie zum Beispiel den großen Fräser der 6 Millimeter einen Durchmesser hat kann man auch so jetzt fängt er nämlich an dass er seine Kontur so setzt also dass er die die Fräsbahn so setzt dass der Mittelpunkt seines Fräsers war der halbe Durchmesser von dem von dem Fräser neben der Bahn fährt das heißt der fährt nicht auf der Bahn sondern der fährt immer versetzt daneben damit er wirklich irgendwie dieses Modell ausschneidet und nicht irgendwie das Modell verkleinern würde indem man nämlich direkt auf der Linie fahren würde es würde jetzt sehr interessant wenn ich jetzt mal einen Ausschnitt machen würde mit diesen 6 Millimeter das passt jetzt gerade noch wenn wir zum Beispiel irgendwie das A ein bisschen kleiner gewählt hätten ich habe jetzt wirklich der Fräserdurchmesser ist größer wie halt das zu fräsende Teil dann würde er einfach hoffnungslos die Nut breiter machen dann fährt das einfach ab ist beim Laser wie gesagt schön man hat also wirklich eine ganz kleine Flüttfugel oder ich will es halt mit dem Laser machen kann die Software automatisch Außenkanten und Innenkanten erkennen ja das machen wir auch mal eben wenn wir das mal mit dem 6 Millimeter machen dann habe ich hier eine Automatikfunktion machen wir nicht da also der sieht ich muss ein Außenteil abfräsen ich muss ein Innteil abfräsen hier auch noch ein Innteil was er hier macht das ist total banale was er macht also da soll er natürlich nicht fräsen ja suboptimal ich meine das ist auch definiert klar also kannst du auch ja das stimmt kann man das auch ändern wenn man sagt ich möchte jetzt bei dem A die Außenkante fräsen und nicht die Innenkante ja gut ja so meinst du ne ja genau also so würde ich mit dem Buchstaben A ausfräsen und man sieht auch man hat eben dadurch dass du einen bestimmten Radius und Fräse hast du kommst nicht in die Ecken rein das ist immer das Problem wenn du die Innenecken hast wie hier zum Beispiel und du möchtest zum Beispiel irgendwie einen einen rechteckigen Ausschnitt irgendwie haben und du möchtest noch was reinstecken sondern hast du immer diesen kleinen Radius versatzen so was der halt nicht rausgefräst wird dann kannst du es entweder am Schluss mit einem kleinen Vierkantpfeil irgendwie rausfräsen es gibt aber auch hier eine Funktion dass du die Ecken freifräst indem man nämlich hier kurz reingeht und dann Ausschnitt macht exakt bis hierhin sieht nicht schön aus ist aber der Funktion geschuldet dass er mir gesagt hat okay ich kann jetzt was reinstecken obwohl du jetzt hier drauf guckst sieht einfach blöde aus aber wenn es halt nur ein Funktionsmodell ist ist das auch egal und hier sind auch die Funktionen wie nur was du vorher gesagt hast dass du nämlich sagen kannst ich möchte das ausfräsen und möchte eine sogenannte Anbindung haben das heißt er fräst sich nur diese Linie lang lässt dann diese kleinen Stege lässt er sich frei und ich kann dann am Schluss was ich mit einer Zange oder mit einem Cutter oder was kann ich halt diese Stege durch knapsen und mir fliegt das Werkzeug nicht in die also das Werkzeug nicht quer durch die durch die Werkstatt aber das habe ich auch schon gehabt wenn du noch was ausfräst und da will ich ein Material am letzten Stück will ich die Unterkante ausfräst dann schwubbelt das irgendwie während noch der Fräser noch am Drehn ist liegt es halt irgendwie immer noch auf dem Bett und manchmal wird es dann hochgeschleudert und dann echt quer durch die Werkstatt gezogen das ist durchaus mal dass sowas passiert da kann man auch nichts gegen machen da könntest du nur wenn du halt irgendwie so eine Absaugung hast hier so einen Unterdrucktisch weil dann wird das auch immer noch gehalten auch wenn die Außenkontur abgedreht ist kann man da nicht einfach den Bohrer so schnell einstellen dass er gar nicht mehr fliegen kann weil er zu schnell ist nicht geschwindig kann man probieren so meine ich das nicht wenn man den irgendwann zu schnell macht das ist ja sehr kreativ das ist ja sehr schön Wasser drehen kann ich mal zu ja zum Beispiel nicht geschwindig 42 aber wir machen es jetzt nochmal dass wir würde ich sagen wir machen unterschiedliche Geschwindigkeiten das müssen wir auch mit dem Feintritt machen ja ich mache mir erst die äußere Kontur und sage die soll die soll ausgeschnitten werden die speichere ich mir als eine Datei ab ich will hier nicht schlafen da ist da ist Kannst du nicht einfach mit zwei Wäschchen ein Werkzeug lassen sprechen? Ja, der wartet auf den Werkzeug wechselt und da weiß ich nicht mehr, wie das wird. Du musst doch einen Tastner anbauen, kannst du nicht wechseln. Wechseln, wechseln. Das klingelt. Und wir haben jetzt eine zweite Datei, wo ich das Werkzeug schneller verfahren lasse und mache dann noch die Innenteile. Das ist doch so ein langes Mal weiter. Oh, versorbe ich 500 Mal. Ach, das ist so gut, dass ihr aufpasst. Ja, dafür sind wir doch da. Das ist ja auch kein anderen Gang hier. Aha, gekauft. Ja, ja, ja. Ja, doch habe ich es. Doch, habe ich wirklich den. Gehen. Ich schmuck mich. Ich schmuck mich. Ich schmuck mich. Aber die sieht doch nicht. 25 Euro haben nicht dafür gereicht, die Welt umwechseln. Das ist doch eine Lightversion. Das steht irgendwo hier. Da hast du das in NC. Ist das nicht ein anderes Filmformat? Ne. Weil, um nochmal auf die Dinge zu gehen. Das ist ja. in NC und Tappel. Das sind diese Formate, die ihr lesen planten. Also du kannst mit einer Free-Steuerung kannst du in C-Falls und Tapp-Falls einlesen. Das ist manchmal ein bisschen mehr. Außer G-Gook machen noch viel älteres. Hab die WL. Genau, ja. Das meine ich. Ja, richtig. Ach, dass du schon so hattest, kann ich nicht mehr. Das funktioniert doch immer bei jedem Plotter. Ja, das stimmt. So, wir haben uns jetzt zwei Dateien erzeugt, die wir jetzt einlesen und übertragen können zu der Maschine. Nämlich jetzt einmal sagen wir, dass wir nämlich erst das Innenteil verfahren und dann das was auch schlagen. Ah, geht sie dazu besser aus? Könnte man die jetzt eigentlich direkt hintereinander in eine Datei reinkopieren und dann merkt der Dynamo? Also prinzipiell geht das auch schon in dieser SL-CAM-Software, in dieser CAM-Software, dass du die zwei Werkzeuge einsetzt. Ich habe das auch schon mal probiert, aber irgendwie wartet ihr halt irgendwie auf den Werkzeug. Man sagt halt, spannen jetzt das nächste Werkzeug ein und dann müssen wir irgendwas machen und ich weiß nicht mehr was. Deswegen mache ich mir mal diesen Trick, dass sie dann zwei Dateien machen, die ich halt irgendwie nach und nach bearbeite. Aber prinzipiell würde er genau das machen, dass er das alles in eine Datei reinschreibt, hintereinander. Und jetzt lassen wir es einfach mal abfahren. Der wird gleich leuchten. Es ist jetzt nicht, dass euch die Augen jetzt rausgeschmolzen werden. Also das ist ein heller Punkt, aber das ist jetzt nicht, dass er euch jetzt irgendwie fokussiert trifft, deswegen könnt ihr da relativ entspannt umgehen. Wollen wir gleich mal ein bisschen aufpassen müssen von der Bürosentwicklung oder von der Staubentwicklung. Weil Eroben ist nämlich ein Aufmelder. Ich weiß nicht genau, ob der vielleicht auslöst. Delfinio, der hat ja letztens in der Werkstatt gefräst und da ging der wirklich los. Und dann braucht alle bis nach drüben hinten hin. Genau. Start mal. Super. Aber auch sein Großes gemacht werden. Der blauen Laser-Pilode. Wird jetzt so ein Song hier. Ja, das ist wirklich tatsächlich. Leute, die machen mit so einer Musik. Kannst du nur noch eine Minderfubord anschließen. Da könnte man auch bei Wetten, dass irgendwie auftreten. Dass man sagt, ich höre was da gerade. Was da gerade mit Laser-Pilode. Du bist auf meine Monate jetzt zu spät. Was ist hell? Was ist hell? Der Bini? Nee, der Bini sicher zum Glück nicht. Man muss nur noch bei YouTube gucken. Da geht's 1.000 Euro in der Motoren. Oder auch alten Biskatenlaube. Ja, das hab ich gehört. Das ist genau das helle Prinzip. Man sieht jetzt, dass er wirklich schnell fährt, auch mit einem relativ hellen Material. Dieses Moos-Nomi ist... Der Plotter ist schneller. Ich lade jetzt mal eine andere Datei. Das ist doch nicht eingeschnitten. Das ist nur auf der Oberfläche eingebrannt. So angeleckt. Sieht aus, als ob es nass wäre. Oh, das ist tief. Man sieht, dass die Schnittflüge ganz anders aussieht. Das flackern kommt durch den Rauch, oder? Ja, das kommt durch den Rauch, aber auch durch die Schnippenturren. Wie? Der hat keine durchgehende Lauf, sondern immer so zack, 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 zack. Und das ist halt die Reflexion von der Prüfung, die hat das dann so am Puls interessiert. Also das ist nicht der Leer, sondern die Reflexion. Ja, aber das Problem ist teilweise noch schlimmer. Bäh, stimmt. Wenn man es so weit ist, dann geht es weiter. Könnte man damit auch was in eine Handyhülle eingravieren? Ja. Das mit Sicherheit. Wie? Das mit Sicherheit. So aussieht, wie du es haben willst. Ja, genau. Stimmt, du musst ja ja fest sein. Ja, stimmt nicht. Auf die Farbe hin. Ja, stimmt, dass sicher, dass es rippen wird. Das ist nicht so richtig. Also... Ich bin jetzt sicher. Ich bin vielleicht bei denen. Ich bin tatsächlich aus dem Tor, ja. Ich meine, er macht sich das vorher nicht. Ich bin ja eingelesen. Ich bin nicht so schwarz. Aber für... Ich glaube, das sollte das auch reichen, oder? Ich bin nicht so... Ich bin eigentlich mal gravierend aus. Also, da hast du Ledertaschen was oder so, dann da reinzukommen. Wie giftig ist das Material? Wenn es hier auch verbrennt... Ja, süß. Ja, ohne Giftigkeit ist... auch giftig. Also gesund ist es bestimmt nicht. Kannst du mal probieren. Also ich glaube nicht, dass es wenigstens leicht ist. Jetzt wird es einmal gleich sehr stark reflektieren, wenn es zu dieser Weiße kommt. Geht das Weiße nicht kaputt davon? Ne, gar nicht. Was ihr eben gehört habt, der ist schon auf einen mechanischen Anschlag gefahren. Das heißt, ich habe ihn doch ein bisschen zu weit oder zu groß gemacht, das Modell. Ich kann wahrscheinlich nur 98 mm in der Historie. Also der ist eben in die Mechanik reingefahren. Das heißt, er hat Schrittverluste gehabt auch. Das heißt, er wird jetzt kein maßhaltiges Teil mehr arbeiten können. Warum ist das da so braun? Aber das wäre es halt gar nicht. Das sind von vorherigen Bearbeitungen, sondern das halt die Raubgase, die machen das halt so braun. Und das ist genauso, wo sich hier der Tee anlöst. Das braune wurde durchgeschnitten. Was bedeutet hier was zu bedeuten? Damit fixiere ich manchmal die Dinge Sachen. Ach so. Der Motor ist besser. Ne, ne. Man braucht nur noch einen Bruchteil des Benzines. Aber das ist nicht durchgeschnitten. Ja, gar nie. Das ist nicht durchgeschnitten. Da war noch etwas schnell gewesen. Ja, ja, ja. Das sind 200 mW. Das ist die kleine Laserbiode. Wenn man das mit so 40 Watt Laser macht, der macht zack, zack, zack und dann ist das ausgeschnitten. Wie so ein Featherlaser, der macht ja nicht so, sondern der geht einfach die ganze Zeit so. So Modus kann man auch einstellen. Also du kannst mit dem Auto hin oder so. Ja. Der stört schon nicht. Also das ist ein Leistungsverlust. Fertig. Du hast, ähm, bei dem professionellen Lasergerät, hast du an der, an der Küse vorne, hast du ein kleines Flösesanschluss. Ja, zum einen, dass du den Rauchrecht läst, zum anderen hat er auch die Funktion, dass die Verbrennung optimiert wird. Aber es wird ja nicht wirklich Materialverbrennung aus. Und dadurch, dass der Sauerschaft zugeführt wird, ist die Verbrennung nicht anders. Wenn man das jetzt mal rausnimmt. Also durch ist er nicht, ne? Wenn ich jetzt dunkles Moosgummi gehabt hätte, wäre, glaube ich, bei der Geschwindigkeit hätte er schon durchgelegt. Das ist ja auch von der Mechanik, das ist auch irgendwie alles nicht ausgereift und sowas. Deswegen sieht man auch so ein bisschen, das sind ja keine wirklich richtigen Datenlinien. Also wenn ich da jetzt auch meine 1,5-Watt-Laser-Diode mit reinpacken würde, würde das ohne Probleme werden durch schneiden. Dieses Linden-Teil ist auch selbst gemacht? Ne, habe ich gehört. Also sowohl die Kühlkörper als auch die Linse, die unten dran ist. Ja. Das ist eine einfache Kühlkörper. Ja. Das kann man von außen gar nicht sehen. Also du hast ja nur unten und sowas, wenn das aufsteht, wenn es aufsteht. Das ist eigentlich ein Glasteil, aber die sind ja aufgebaut. Ich kann es gar nicht genau sagen. Kann man so fertig auch kaufen? Ja. Ja, günstig. Also wenn es mit Diode und sowas, dann kann man durchaus nochmal 30, 40 Euro für bezahlen. Für so ein 200-Watt-Ding. Du sagst, die kostet die Diode, die kostet im Einzelnen 3, 4 Euro. Das Gehäuse bei Ebay, das kostet vielleicht nochmal 5 Euro, die gibt nochmal 2 Euro. Also wo in der Kombination die Style ist, würde das maximal 10 Euro kosten. Ja. Aber wenn das dann zusammenkaufst, dann sagen die Leute natürlich, okay. Lassen sich bezahlen. Die Leute haben keine Ahnung, sonst lass ich mir bezahlen. Aber das ist nett, dieses kleine Teil, auch mal so mitnehmen. Genau. Das ist immer ein schönes Demo und sowas, da kann nicht viel passieren. Kann man auch Schrittmotoren jetzt so, also die Kettenlaufwerke nehmen oder sind die nicht auch? Das Fittstück gebaut. Die hab ich nicht gekauft. Die hab ich noch mal kurz. Ich hab noch einmal kurz eine Übersicht von Materialien, die man bearbeiten kann, sowohl fräsen, drehen als auch drucken. Da kann man mal ein bisschen drauf gucken, was man irgendwie sich mal zulegen kann. Und als letztes hab ich nochmal eine Liste von Anbietern, wo man Sachen kaufen kann. Sowohl Bauteile als auch Material, als auch Software. Und nochmal Dekobbefehlsübersicht, wo man nochmal gucken kann und sowas, wie ist das alles aufgebaut. Firmware für den Arino Uno, also für so ein Ramsport oder für so ein GABL. Kann man da alles mal nachlesen. Ich werde diese Datei mit in das auf die Hochwelt setzen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ich werde dir auf jeden Fall zur Verfügung stellen, dass ihr da mal irgendwie das runterladen könnt. Kannst du das denn von dem Artikel mit editieren und linken? Ja, das kann natürlich machen. Ich weiß nicht, wie schnell der im Nachhinein wieder zu finden ist. Ja, ihr werdet auf jeden Fall irgendwie oder die Armininist oder irgendwie. Und dann möchte ich euch, dass ihr da gewesen seid. Ja, super. Dankeschön. Das war ein schöner Runde, ich glaube. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch so voll.